Herzlich willkommen zum Hack-the-Planet-Podcast mit Daniel Kirsten-Fahrt vom Schrankmonster-Blog. Und mit Andreas Heil vom Hack-the-Planet-Blog. So, hallo Daniel, zu Folge 27, die auch wieder nicht angekündigt wird, wie die 25 und 26, müssen wir noch nachholen. Da ist wohl irgendwas im Skript kaputt. Wir haben natürlich alle Beschwerden entgegengenommen, wir haben im Vorfeld in der Pre-Show so ein bisschen drüber philosophiert. Wir nehmen natürlich alle Beschwerden auf und werden die dann irgendwann abstellen. Genau, heute haben wir ein paar Neuigkeiten. Genau, heute mit Neuigkeiten ein paar Sachen bei uns, die so passiert sind die letzten paar Tage. Ihr habt ja diesmal nicht so lange warten müssen. Und mit GTA RP auf Lucky V und GTA Multiplayer Programmierung. Und zwar geht es darum, wie programmiert man eigentlich etwas, was 500 Spieler gleichzeitig im Zaum hält. Daniel, da warst du ja die letzten paar Monate quasi aktiv. Deswegen haben wir auch weniger Podcasts aufgenommen. Genau, daran lagst du es. Dass du deine Zeit da komplett investieren kannst. Ja, aber bevor wir damit anfangen, was gibt es eigentlich Neues? Magst du mal anfangen? Du hast gerade gesagt, bei dir rattern im Hintergrund ein paar Petabyte an Platten rum. Na, Petabyte sind es nicht. Noch nicht? Zum Glück. Nee, ich habe schon länger, habe ich ja mal in einer Folge erzählt, ich habe ja schon länger relativ viel Speicher zu Hause. Und auch arbeitsbedingt durch meine Frau. Und dann hat man als ITler, wie haben wir gesagt, als ED-Fauler, hat man… Als eingefleischter ED-Fauler. Als eingefleischter ED-Fauler hat man ja Speicherbedürfnisse. Ja, ja. Und ich lösche ganz wenig, da hat man so Verlustängste, also speicher nicht viel. Und das wird immer mehr mit der Zeit. Und weil das immer mehr wird, war das jetzt so viel, dass ich eigentlich schon so drei Jahre ungefähr nicht mehr groß geupgradet habe, sondern habe einfach immer zugesteckt. Und jetzt waren alle Slots, die ich habe, voll. Und die Platten waren eigentlich auch viel zu klein und nicht mehr wirtschaftlich. Und jetzt habe ich mal ganz viele kleine, also klein heißt vier Terabyte Platten, ersetze ich jetzt durch wenige sechs Stück. Also 16, vier Terabyte Platten, wenn es ersetzt durch sechs, 18 Terabyte Platten. Die Technik hat einen Schritt vorangemacht. Und das synkt gerade im Hintergrund bei mir im Haus, bis heute geliefert worden. Und das dauert auch noch über einen Tag. Genau. Das ist ja das, was ich Anfang der Pandemie gemacht hatte, mit dem neuen RAID-System hingestellt und einmal alles rüberkopiert und gesynkt. Weil ich Angst hatte, wenn ich jetzt die Platten austausche oder anfange auszutauschen, also zu upgraden im alten RAID-System, dass ich das Ding kaputt mache. Und dann dachte ich, ich stelle das einfach neues hin mit neuen Platten. Ja, ich teste meinen Disaster Recovery Plan gerade, weil ich kopiere das tatsächlich nicht um, sondern ich stelle aus dem Mirror, quasi aus dem Backup, stelle ich wieder her. Okay, sehr schön. Und das läuft und läuft und läuft. Und für die, die mitgerechnet haben, also sechs mal 18 Terabyte Platten, da stellt man dann nach dem Auspacken und Einbauen erstmal fest, 18 Terabyte steht drauf, 16,4 Terabyte sind es. Und dann, wenn man das dann alles zusammenrechnet, kommt man dann mit zwei Platten Redundanz so auf 62,8 Terabyte Nutzfläche. Okay. Genau. Das heißt, bei dir läuft ein RAID, was läuft denn da bei dir? 0,1? 1,0? Das ist so eine Synology, ich benutze ein Synology dafür und das ist so ein Hybrid Rating und das macht zwei Laufwerke, Fehlertoleranz da drin. Alles klar. Also das tut so halbwegs, man muss ein paar Sachen beachten. Mit den 18 Terabyte Platten kommt man dann auch direkt an das Maximum, was die Synology unterstützt für ein Volume. Also wenn ich da jetzt acht, so zwei Slots sind jetzt frei in dem Lauf, in dem Gerät noch. Wenn ich die vollstopfe, dann habe ich ein Volumen nicht mehr von 62,8, sondern von 108. Und dann ist Schluss. Dann ist Schluss. 108 Terabyte ist das maximale Volumen. Maximale Volumengröße. Dann wird es. Also die nächste Generation Platten, die sind ja schon angekündigt. Da können wir ja mal eine extra, müsste man zu diesen Plattentechnologien mal eine extra Folge machen. Aber die kommen dann mit 30 und so und größer Terabyte pro Platte, das ist schon krass. Man denkt ja immer, das ist fertig und da kommt ja doch nochmal mehr. Ich hoffe immer, das ist nicht fertig. Irgendwann kommt dann halt Flash. Aber jetzt in dem Fall ist tatsächlich das Preis-Leistungs-Verhältnis von den Platten unschlagbar. Also da ist Flash weit weg. Und ich brauche es überhaupt nicht schnell. Also ich brauche es halt ab und zu mal was davon. Ich denke ja für so ein, sag ich mal, für so eine Datenhalte brauche ich auch keine Geschwindigkeit. Da brauche ich einfach nur eine Menge. Ja, aber auch selbst die Geschwindigkeit, die das jetzt liefert, das saturiert halt die 1 Gigabit auf jeden Fall. Ja, ja. Und könnte noch mehr. Aber selbst das reicht ja dicke für das, was benutzt wird. Da sind halt hauptsächlich Bilder drauf. Und die sind halt, weiß ich nicht, 6 Megabyte oder bis zu 20 Megabyte das Stück. Aber das schaufelst du auch unter einer Viertelsekunde irgendwie über die Leitung. Aber nicht schlecht. Ja, dann sehe ich gerade, du hast ein bisschen was gebastelt noch. Wir hatten ja, wann waren das schon? Die letzte Folge, genau. Also die letzte Folge vor der längeren Pause. Genau, vor der Pause hatten wir mal mit dem, ach Mensch, jetzt folge ich ihm auf Twitter und habe seinen echten Namen vergessen. Den Philipp. Ah, den Philipp, genau. Und dann hatten wir die Keyboards bekommen. Also einen wunderbaren Podcast, Klick, Klack, Hack, den erwähnen wir jetzt hier bei der Gelegenheit und packen sie in die Shownotes. Genau, und diesmal gibt es auch Shownotes, ja. Die war das letzte Mal auch. Aber die werden diesmal auch angezeigt. Genau, und da gibt es den Podcast über Tastaturen und wie könnte es anders sein, ist das natürlich auch das, was mich da hingebracht hat. Also er hat mir tatsächlich nach der Folge, die wir mit ihm gemeinsam gemacht haben, die wir auch verlinken werden, es gibt eine Hack-the-Planet-Podcast-Folge mit ihm. Und danach hat er mir so einen Korne-Keyboard-Platinensatz geschickt. Ja, ganz wichtig für alle, die es nicht sehen, nur Platinen, Platinen mit ein paar Leiterbahnen drauf und Löchern. Genau, also ich verlinke einen Artikel, da sind die Bildfotos, also die Fotos, die wir gemacht haben, als das zusammengebaut wurde. Und mittlerweile habe ich zwei vollständige von diesen Korne-Keyboards. Im Grunde kann man sich das so vorstellen wie eine zerschnittene, normale, große, also eine kleine Tastatur, die man so ohne Nummernblock, mit drei Reihen. Zwei Hälften, jeweils sechs Tastenreihen pro Hälfte, Spalten pro Hälfte und drei Sondertasten jeweils. Und die sind dann durch ein kleines Kabel verbunden und dann an den Rechner angeschlossen. Da läuft pro Hälfte sozusagen ein eigener Controller mit sogar einem Display. Und hat ein ganz merkwürdig wirkendes Layout, hat eine ganz merkwürdig wirkende Tastenbelegung. Die kann man selber bestimmen. Ich habe die in dem Fall auch selber bestimmt für mich, wie ich die haben will. Und ich habe mir dann eine Woche gegeben, das Ding benutzt, das eine. Dann habe ich mir dann nach zwei Wochen gleich noch eins bestellt, weil ich das an zwei Arbeitsplätzen haben wollte. Und das ist jetzt mein Haupttastatur eigentlich bei der Arbeit. Ich bin da, würde ich sagen, fast schon schneller, weil ich weniger umgreifen muss, weil die Tasten für mich in der Kombination besser belegt sind. Also auch das, was du zum Programmieren brauchst, die Brackets und sowas. Und ich kann das nur empfehlen, mit solchen Tastaturen zu arbeiten. Also ich würde nie wieder zurück wollen. Würde nie wieder zurück wollen. Das ist wirklich richtig gut. Genau, das sehe ich auf dem Foto auch gerade. Du hast Speeches, die braunen. Ja, ich habe eine mit braunen und ich habe das bei der anderen Tastatur, wie ich weiße, Kale-Switches genommen. Die klicken. Die braunen hier klicken nicht. Okay. Und jetzt muss ich auch gleich mal hier Credit geben. Meine Frau hat das ganze Ding gelötet. Also beide Boards hat meine Frau gelötet. Da hat sie mehr Spaß wie ich dabei beim Löten und kriegt das auch besser hin wie ich. Genau, und da gibt es mittlerweile zwei bei mir von, genau. Aber die, also warum hast du jetzt wegen den Switches gefragt? Ich habe es nur gerade gesehen, ob du Cherry hast oder Kale. Genau, also der zweite Kale ist halt clicky. Da wollte ich keine MX-Switche. Ja, ja. Weil ich habe die, in einem Keyboard die Gatoran, die braunen verbaut. Und die sind, die klicken nicht, aber die machen, meine Frau kann das Geräusch unheimlich gut nachmachen. Die machen so bupp, 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 bupp. Und wenn du dann nachts tippst, es ist zu laut. Und dann habe ich tatsächlich auf die, auf meine Cherry umgestellt, die ich in einer anderen Taste habe. Die klicken ganz leise. Aber das Klicken ist leiser als dieses, bupp, 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 bupp von einem anderen Keyboard. Und mit Kleinkindern zu Hause vermeidest du natürlich nachts Geräusche. Ja, okay, wenn du dir so hast. Wer zuhört und Kinder hat, der weiß das ganz genau. Sonst stehen nämlich plötzlich die Kinder hinter dir und fragen, Papa, was macht denn so? Na, und das mag es natürlich nicht. Aber sehr schön, ich habe die gerade gesehen. Also sehr schöne Arbeit, auch vom Gelöteten her. Ich habe ja das Board, das ist noch auf meinem Pile of Shame tatsächlich, dieses Board zu löten. Das steht noch auf meiner To-Do-Liste, aber ich habe es auch in den letzten paar Monaten nicht geschafft. Aber das liegt noch ganz, ganz oben. Ich habe extra dafür eine neue Lötstation gekauft. Die habe ich schon eingeweiht beim Reparieren von Kinderspielzeug. Aber tatsächlich, das Keyboard noch nicht gelötet. Ich habe mittlerweile noch eine Transporttasche dafür. Sehr schön, du hast eine schöne Anleitung geschrieben. Also weiß ich schon, wo ich nachgucke, wenn ich das machen möchte. Also sehr, sehr. Ja, also es ist auch nur zu empfehlen, rein von der Haptik und wie dieses Gerät funktioniert. Und man lernt auch was über Keyboards. Keyboard-Programmierung, weil da sind ja so Mikro-Controller drauf, im Grunde ganz normale Arduinos. Denen bringst du bei, dass sie eine Tastatur sind. Und kannst das Display steuern und so. Das ist wirklich richtig gut. Zeitaufwand? Wie lange hast du da investiert, dass es so weit fertig war, dass du es anwenden konntest? Die zweite war jetzt in einem Nachmittag. Okay. Also meine Frau hat das in einem Nachmittag gelötet. Die erste hat vielleicht so den ganzen Tag gebraucht. Also nicht wirklich viel länger. Also nur fürs Löten? Ein Löten und dann die Software. Also die Software ist halt tatsächlich, wenn du eine Anleitung hast, ist das geradeaus. Okay. Also wenn du jemanden hast zum Fragen, ist das, glaube ich, gar kein Problem. Okay. Also am längsten hat das gebraucht, weil ich einmal in der Einbahnstraße gelaufen bin und mir so eine eigene Bildumgebung gebaut habe. Das ist alles gar nicht notwendig. Ja, aber selber schuld. Ja, eben. Genau. Das ist alles gar nicht notwendig. Kannst du gleich. Wenn du die Teile alle hast, dann ist das geradeaus. Das ist, glaube ich, ziemlich wichtig, dass du die richtigen Teile hast. Das hat am längsten gedauert, das Bestellen von den einzelnen Teilen. Weil du hast halt wirklich eine Platine und da müssen Teile drauf. Und die sind nicht so einfach zu finden, weil meistens die Beschreibung auch in den Shops irgendwie Blödsinn und so. Und du willst halt gute Teile haben. Ich habe auch keine LEDs oder so verbaut, weil ich keine Ahnung habe, warum man da Beleuchtung drauf braucht. Ja, nee, doch. RGB muss sein. Geht das schneller gleich, ne? Natürlich. Lightning Speed. Natürlich. Okay. Also ich glaube, deswegen lag das bei mir dann auch noch, weil ich ja noch die, ich brauche da Licht unbedingt. Das kommt. Ja, da müssen wir nochmal mit dem Philipp dann sprechen, wenn das so weit ist. Genau. Ja, sehr schön. Ja, und so eine Rausschmeißer-Neuigkeit habe ich auch noch. So, das ist mehr oder weniger nichts zum Bauen oder zum Machen und Tun, sondern das ist zum Angucken. Das heißt, es ist eine Seite, die heißt The World of the Atomic Space Age. Ja, ja. Und das sind einfach so Zeichnungen und Fotos und Bilder aus einer frühen, also Science-Fiction-Vorstellung aus den 60ern, 50ern. Und die haben ja echt abgefahrene Vorstellungen gehabt, da war ja auch noch atombetriebene Autos und so, ne? Angesagt. Und das ist eine Seite, wo einfach nur Bilder hintereinander so wegkommen, so ein Tumblr-Blog. Und da kann man einfach stundenlang drin rum scrollen, draufklicken und dann, ja, dann fällt man in den, wie heißt das so schön, in den Rabbit Hole, in so ein Hasenloch und ist weg. Dann ist man dann beschäftigt, weil man dann, sieht man dann irgendwie einen Typen neben so einem Zeug, neben so einer Maschine stehen und dann will man wissen, was das ist und verfolgt das dann nach. Genau. Genau, das kann ich empfehlen, packe ich auch in die Show Notes rein. Ich habe die tatsächlich schon gekannt, ich folge denen auf Twitter, bin ich irgendwann mal zufällig drüber gestoßen, weil irgendjemand was geliked hatte und dann kommt ab und zu mal so ein Bild vorbei. Das ist einfacher, weil du verfällst nicht in dieses Rabbit Hole, ne? Also du scrollst da nicht ewig durch und bekommst immer mal wieder so ein Bildchen zugeschickt. Von daher, also sehr zu empfehlen, ist immer wieder nett, die zu sehen. Ja, also da ist auch wirklich designtechnisch, sind da Sachen dabei. Und das fehlt mir ein bisschen aktuell, ne? Das habe ich ja, glaube ich, schon mal in einer früheren Folge angekreidet. Und mir fehlt Science Fiction. Also wir haben irgendwie nicht mehr, wir haben aufgehört, weit in der Zukunft liegende Ideen zu haben. Also wir können uns irgendwie alle, scheinbar kann sich die Menschheit nicht mehr so gut vorstellen, was denn da kommt. Also bestes Beispiel, PK hatte Tablets und jetzt haben wir Tablets, aber was kommt denn jetzt danach? Ja, ja. Ja, und lange vor den Tablets hatten wir da schon dran gedacht, ne? Neunziger, ja. Genau. Ne, das stimmt, also sehr interessant. Genau, jetzt hast du auch, du hast auch Neuigkeiten, oder? Ja, genau, weil ich hatte ja Twitter gerade schon angesprochen und Twitter war für mich in letzter Zeit quasi unbrauchbar. Also angefangen von den ganzen gesponserten Tweets und Recaps und hast du nicht gesehen. Also es war eigentlich 80, 90 Prozent Gefühl von Tweets und gar nicht von Leuten, die ich abonniert hatte, oder von Seiten, die ich abonniert hatte, oder denen ich folge. Und dann bin ich die Tage mal zufällig über eine Liste von Keywords gestoßen, die du blockieren kannst bei Twitter. Ja. Und die Seite verlinken wir auch, das ist ein Gist auf GitHub, also nur die Liste der Keywords. Packst du manuell da jedes Keyword einzeln, blockieren, bist ein paar Minuten durch. Und just nachdem du fertig bist und guckst dein Timeline an, ist das Ding komplett aufgeräumt. Also du hast dann quasi nur noch die Tweets drin von den Personen oder den Accounts, den du tatsächlich folgst. Und dann noch die gesponserten zwischendurch, aber die blockierst du ja wahrscheinlich eh. Ja, jetzt müsste man kurz noch erwähnen. Also das ist jetzt das Interessante, dass diese Liste enthält Keywords, die würde ich jetzt interpretieren als, das sind Marker, die sich Twitter selber setzt, wenn sie Werbung in deinen Feed reinpacken. Genau, also kann man gucken. Suggested Recap. Suggested Recycle Tweet. Suggested Activity. Solche Keywords sind das? Pile Tweet. Ranked Organic Tweet. Ranked Timeline Tweet. Also solche Sachen schieben die dir quasi unter. Anscheinend stehen diese Begriffe auch irgendwo im Tweet. Du siehst den nicht, wahrscheinlich so Attribute. Also ich habe mich damit auch überhaupt nicht näher beschäftigt. Ich dachte nur, ich packe das mal rein und gucke mal, was passiert. Und das Ding ist jetzt also auch noch nach einer Woche super aufgeräumt. Mal schauen, wie lange das hält. Aber funktioniert tatsächlich erschreckend gut und gibt ja dann doch ein bisschen Einsicht, wie das mit Twitter und den angezeigten Tweets eigentlich funktioniert. Das ist krass. Also probiere es mal aus. Man merkt tatsächlich einen Vorher-Nachher-Unterschied. Ich habe ja relativ viel bei mir stumm geschaltet. Also ich bin da ja, ich kehre da ja mit einem eisernen Besen durch. Ja. Und ich habe irgendwas um die, weiß ich gar nicht, mehrere, 10.000 gemutete Accounts. Da kann ich auch, kann ich ja noch eine Seite empfehlen, Megablog XYZ, wenn du die kennst. Ah, da habe ich nicht in deinem Twitter, da habe ich nicht kommentiert, weil das wollte ich mit dir besprechen, bevor ich da kommentiere. Was hättest du denn kommentiert? Naja, erklär erst mal, was das tut. Also die Idee dahinter ist, du hast einen Tweet, blockierst den und die Seite sucht dann quasi alle raus, die den geliked haben und blockiert die auch. Also bekommst quasi alle auf einen Schlag, die einen bestimmten Tweet geliked haben. Also kann man sich mal anschauen und kann das auch mal probieren. Hat natürlich ein gewisses Risiko. Du erwischst halt anscheinend alle, die da mit drin hängen. Hat zumindest mal funktioniert, ne, an der Stelle. Also der blockiert alle und alle, die dem folgen? Geliked haben, geliked haben, die den Tweet geliked haben. Also nicht den folgen, sondern die den Tweet geliked haben. Okay. Also hast du jetzt mal schon so einen, sag ich mal, fragwürdigen Content, wo du sagst, nee, gar nicht, ne, und steckst alle quasi in die Schublade, die dir das geliked haben, sagst, die will ich auch nicht haben, ne, in meinem Ding und dann werden die automatisch blockiert. Ja. Okay, dann ist die Frage schon wieder ledig, weil ich hatte nämlich die ursprüngliche Funktion von dem Ding anders verstanden. Ja, ja, ja. Ist insofern, es fragt dich ab, ne, also das ist ja eine tragwürdige, ne, oder eine Entscheidung mit großer Tragweite. Das heißt, er fragt dich auch nochmal ab und du musst ihn auch reintippen, I want to nuke. Bevor er das tatsächlich macht und die dann alle weglöscht oder alle blockiert. Aber das ist vielleicht an dem, an dem Rand noch erwähnt. Also das ist auch noch was, wo man ein bisschen aufräumen kann. Genau, also das so viel zu Twitter. Seitdem ist das ganze Ding auch wieder ein bisschen benutzbarer geworden, finde ich. Also zumindest für mich und den Personengruppen, wo ich folge. Aber ich habe auch noch so ein Takeaway, also ähnlich wie bei dir, das Vault of Atomic Age. Ich bin die Tage über was gestolpert, wo ich gedacht habe, super cool. Und zwar Video Game Preservation ist auch ein GitHub-Repository. Und zwar findest du da Sammlungen von alten Spielern. Und zwar halte ich fest im Quellcode. Da ist sowas drin wie Prince of Persia von 89. ein D-Kompilat. Da ist Duke Nukem 3D als GPL-Code enthalten. Also eine ganze Reihe von älteren Games. Also sage ich mal, die älteren Gamer. Wo kommt der Quelltext her? Da habe ich mich gar nicht weiter damit beschäftigt. Also bei dem einen, bei Prince of Persia hat er das, oder ist das beschrieben, da ist es tatsächlich ein D-Kompilat. Duke Nukem 3D, hatte ich reingeschaut, steht sowieso unter GPL. Das ist wohl, was eben dem Besitzer da von dem Account mal unter die Finger kommt. Creatures 3 ist da drauf. Was haben wir denn? Was gibt es denn da noch? Also wirklich ältere Sachen. Jedes mit einem eigenen Repo abgelegt. Defender ist drauf. Wow, okay, also 109 Spiele zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Das ist schon echt krass. Little Big Adventure, oh cool. Bei manchen, wie bei Duke Nukem 3D, gibt es auch eine Anleitung, wie du das Ding kompilieren kannst. Also nicht bei allem, aber bei manchen. Okay, das sind aber nur die, ah, okay, das sind die Quelltexte, aber zum Beispiel nicht die Mediendateien davon. Das kann natürlich durchaus sein, dass bestimmte Dateien fehlen. Vielleicht auch wegen Copyright-Geschichten. Wow, okay, das ist ja mal richtig cool. Es passt so ein Restthema heute, ne? Spieleprogrammierung. Ja, ja, dachte ich, erwähne ich mal an der Stelle. Okay. Wenn es da oben dieses Sagen... Schon wieder so ein Rabbit Hole, was du da aufmachst? Okay. Natürlich was denn sonst, ne? Wir nerden uns da immer in die Themen rein. Oh, das ist cool. Da werde ich mir auch mal ein bisschen Zeit verbringen dort. Das ist halt auch echt Assembler und so, ne? Ich hab da jetzt schon hier nur mal ein Little Big Adventure angeklickt und da ist alles voll mit C, C++, Assembler. Ho, ho, ho. Genau. Ich hab ja die Chips auf dem Mainboard mal komplett durchgebrannt. Das war eine andere Geschichte. Und die Tage kamen, da der Hinweis, oh, du kannst auf Windows 11 updaten, hab ich auch gleich gemacht. Also auf dem Neo, was jetzt schon vier, fünf Jahre alt ist, hat super geklappt. Und dann dachte ich, komm, damit das nicht so ätzend wird, mit zwei UIs installierst du das Ding auch auf dem Surface und keine Update-Möglichkeit. Okay. Und hatten ein bisschen recherchiert und dann kam plötzlich raus, dass so ein gerade mal drei Jahre altes Surface Pro von Microsoft nicht das aktuelle Microsoft Windows unterstützt, sondern tatsächlich jetzt auf der Szene verbandelt ist, weil das Elfer wohl das TMP 2.0-Chip voraussetzt auf dem Board und das ist halt nicht in dem Surface verbaut. Und aus dem Grund kann man wohl bei einer recht hohen Anzahl von Microsoft-Geräten das hauseigene Betriebssystem nicht unterstützen, nach aktuellem Wissensstand. Es gibt ja wohl so einen Registry-Key, den man da setzen kann, dann kann man es trotzdem installieren, aber man weiß ja nicht, was das bedeutet für die Zukunft, Updates und so. Okay, okay. Also es geht und es schon. Aber nicht auf offiziellem Weg. Doch, doch, doch. Wird offiziell unterstützt. Ah, das ist aber neu. Okay, dann packen wir da direkt, dann haben wir natürlich noch eine super Info für alle, die auch davon betroffen sind. Das kommt natürlich, ich teste das natürlich opferlich. Das ist eine offizielle Anleitung bei, genau. Bei nicht Microsoft, oder? Bei Microsoft, bei Microsoft. Das ist eine offizielle Anleitung im Support-Blog, den wir bestimmt irgendwann sehen, wenn wir hier. Dann, ja. Hier, das ist so ein Allow Upgrades with Unsupported TPM oder TPU, muss ein Registry-Key machen und dann geht das. Genau, TPM 2.0 war das, okay. Aber es ist witzig, ich habe so eine Nook-Box mir irgendwann mal über Kickstarter geschossen, die wurde dann geliefert und das ist so ein, ich würde sagen, es ist 10 cm auf 10 cm Würfel mit einem Rechner drin. Und der unterstützt Windows 11, der hat mir das angeboten gestern, hat gesagt, oh ja, jetzt stelle ich mal Windows 11. Habe ich noch nicht gemacht, ich habe noch auf keinem Rechner Windows 11 laufen, ich wüsste nämlich gar nicht, wieso. Ich war neugierig und ich wollte die runden Ecken in den Fenstern. Und, sind sie rund? Ja, die sind rund, schick, gefühlt lässt sich die UI ein bisschen besser bedienen. Großartig habe ich es noch nicht verwendet. Was aber sofort auffällt, das Kontextmenü ist anders. Die Hauptaktionen, die du hast, zum Beispiel Copy, Paste, Umbenennen, die stehen nicht mehr im Text drin im Kontextmenü, sondern hast du oben im Kontextmenü so fünf, sechs Icons, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, Moment, die erste halbe Stunde mega ungewohnt, also mentales Modell, wie verwende ich eine Software, sehr problematisch, weil du natürlich immer im Text suchst, hast du dich einmal an die Eigenschaft gewöhnt, klickst automatisch dahin und kriegst Tobsuchtsanfälle, wenn du an dem Windows 10 Rechner wieder sitzt. Deswegen habe ich es auch mit reingenommen und bin auch dankbar für den Hack, probiere ich dann gleich mal aus heute Abend. Ja, also du solltest mal gucken, ob ich den, ob ich hier den, sag ich mal, Dienstrechner geupgradet bekomme, ist ja eine offizielle Anleitung und dann schauen wir mal, ob das klappt. Ja, ist eine offizielle Anleitung bei Microsoft, genau. Musst du halt über dann dieses Upgrade-Tool irgendwas machen, über dieses Media-Creation-Tool musst du irgendwie ein Installationsmedium bauen und wenn du das Installationsmedium hast, musst du die Setup ausführen. Und dann in deinem, vorher in deiner Registrie diesen Key hinzubauen oder dann halt von diesem USB-Stick oder was du da erstellst als Medium boot und dann in dem Setup kannst du auch die Registrie editieren. Konsole auf, Regedit und los. Kriegen wir kaputt, gar kein Thema und das Semester ist fertig, das heißt, ich brauche den Rechner jetzt auch ein paar Wochen nicht für die Vorlesung, dann habe ich natürlich genug Zeit, das alles wieder zu reparieren, weil wie ich mich kenne, geht es natürlich kaputt. Boah, ich habe tierisch Angst vor so einem Upgrade, weil das zerstört dann alle meine Workflows. Ich habe hier zum Beispiel auch auf meinem Firmen-Notebook, habe ich jetzt bis zum Januar letztes Jahr, nee, bis zum, ja doch, bis zum Januar letztes Jahr habe ich Windows 7 noch drauf gehabt. Naja, nee, nee, also ich konnte kein Windows 10 installieren bis zum Dezember vorletztes Jahr. Also einen Monat oder so habe ich es ausgehalten ohne Windows 10. Und dann habe ich Windows 10 installiert, den sauren Apfelgebissen einmal neu installiert und dann, seitdem benutze ich jetzt, also so kurz nur benutze ich Windows 10. Und jetzt Windows 11 kommt, glaube ich, in zwei oder drei Jahren dann bei mir an. Also, muss ich ja nicht sagen, wo ich irgendwo hätte. Grundsätzlich so viel, also gefühlt erstmal so viel nicht anders, ein paar UI-Sachen. Das Problematische für mich war tatsächlich erstmal, also so unwichtige Dinge wie der Startbutton oder die Eigenschaft waren dann in der Mitte von der Taskbar unten, kann man zum Glück über die Eigenschaften oben stellen. Aber so Kleinigkeiten, genau, also so Kleinigkeiten bringen sich halt komplett dann raus. Ja, ich weiß schon, dass eine Kleinigkeit ich hassen werde. Ich bin ein Taskbar oben, Mensch. Ah, okay. Aber müsste auch gehen, ne? Nee, geht nicht. Nee, geht nicht? Nee, habe ich schon nachher schon. Okay. Haben Sie rausgebaut? Ich weiß, keine Ahnung. Okay. Taskbar muss, also ich bin ja sowieso Mac eigentlich. Ja, ja. Und OS 2 und da war alles oben. Dass das unten jetzt sein soll, das ist mir komplett zuwider. Okay. Das ist Wider der Natur. Ja, das wird es bestimmt auch bald einen Hack dafür geben, ne? Man ändert ja alles über das Hacker. Ja, ich weiß nicht. Genau. Gut, aber dann, ich werde nächste Woche, wenn wir es schaffen, berichten, ob das klappt oder nicht. Zum Glück läuft die Aufnahme ja über einen anderen PC. Dann kommt, da erzähle ich nochmal kurz den Fauxpas, den ich gerade noch hatte. Ich habe eine Viertelstunde vor der Aufnahme an meinem Autointerface rumgeschraubt und geschraubt und gedacht, die Qualität von dem Mikrofon, was ist. Das lag auch auf dem Boden, also muss beim Abstrauben oder Bischen hier vielleicht runtergefallen sein. Und die Einstellung kaputt und ich bin schon verzweifelt und habe gedacht, jetzt machen wir endlich wieder Aufnahmen. Jetzt ist das Interface kaputt und Rauschen und also ganz, ganz schlechte Qualität. Bis ich irgendwann dann gemerkt habe in der Aufnahmesoftware im Studiolink, dass das falsche Interface ausgewählt war und das über meine Logitech-Kamera am Monitor aufgenommen hat. Wobei, man muss sagen, das Mikrofon ist so genial. Also Qualität ist eigentlich unterirdisch, finde ich. Es hallt auch sehr viel und das erklärt auch natürlich, warum die Regelungen an meinem Interface keine Änderungen an der Aufnahme gebracht haben. Aber das Mikrofon ist dann doch wieder so gut, dass es das Summen der Fliege an der Decke besser aufgenommen hat als meine Stimme. Ja, tolles Mikrofon. Und ich sitze so einen Meter vor der Kamera. Also deine Stimme ist einfach nur die falsche Tonhöhe, du müsstest mehr so summen. Ja, so summen, dann würde das besser klappen. Ja, aber ich kann das super nachvollziehen. Wenn irgendwas an dem Setup irgendwie krumm ist und das stellt sich um. Also einer der Gründe, warum ich zum Beispiel mit einem Mac aufnehme, ist, weil das mit Windows ein Graus ist, weil sich ständig alles umstellt. Ich habe keine Ahnung, da würfelt irgendjemand beim Booten und dann ist alles anders. Und dann stellst du rum und machst und tust. Ja, soviel zur Aufnahme. Aber jetzt hast du gesagt, ich bin der Meister der Überleitung. Darfst du das Headset, das wir eigentlich verwenden, schon die letzten paar Wochen, Monate, Jahre quasi schon, eben in dem Lucky, ich ärgere als jemand, in dem Lucky V, Lucky Five heißt es wirklich, wir haben ja vorher drüber gesprochen, aus dem Lucky Five verwendest. Und wir hatten das letzte Mal schon getiefsagt, also ist, lass mich nochmal zusammenfassen, ist ein Multiplayer-Spiel auf Basis von GTA. Da musst du mir auch gleich ein bisschen noch was erzählen dazu, weil GTA, ich kenne GTA noch, ich auge mich jetzt mal tatsächlich, ich kenne GTA noch als Spiel, wo du so von der Top-Down-Sicht mit kleinen Autos rumgefahren bist und jetzt in einer Minifigur aussteigen konntest. Ja, das ist das alte GTA. Genau, das ist das alte GTA. Ich habe am Rande mitbekommen, es gab da jetzt irgendwie eine Neuauflage für die Switch, die aber ganz, ganz schlecht war und zwar so schlecht war, dass ich das Studio sogar bei den Käufern entschuldigt hatte. Aber gibt es natürlich auch inzwischen als 3D, so ein Open-World-Spiel, wo du im Prinzip in so einer Stadt rumläufst und irgendwas anstellen kannst und das wohl als Multiplayer. Ja, und dann hast du gesagt, mit 500 Leuten drauf und da interessiert mich doch erstmal, wie bist du überhaupt dazugekommen? Also wie kommen sie dazu, erstmal da drin zu spielen und wie bist du dann an dieses Lucky Five gekommen? Genau, was ist das Lucky Five? Fangen wir mal vorne an, genau, fangen wir mal vorne an. Irgendwann gegen Mitte vorletzten Jahres mittlerweile, also Mitte 2020, hat sich mein Medienkonsum mächtig umgestellt, so ein bisschen so mit der Pandemie, die da losgegangen ist oder gelaufen ist, galoppiert und der hat sich auf Twitch hauptsächlich umgestellt. Ich habe hauptsächlich angefangen, irgendwelche Streams zu gucken von Menschen, die sich da hinsetzen, irgendwelche Spiele streamen. Und einer der Streams, die ich da geschaut habe, regelmäßig geschaut habe, weil da Horrorspiele und so weiter behandelt worden sind, war von einer Streamerin, die X-Pandoria heißt. Und die streamt im Normalfall unglaublich viel Horror, richtig, richtig gut gemachte Horrorspiele. Warum, warum guckt man sich das an? Also ich bin ja kein Fan von, ich auch nicht mal. Warum guckt man sich an, wie jemand Spiele spielt? Ich bin, nee, nee, ich bin überhaupt kein Fan von Horrorfilmen und auch überhaupt nicht von Horrorspielen. Ich glaube, Alone in the Dark war das letzte Spiel, was ich damals mit dieser 3D-Vektorgrafik als Horrorspiel gespielt habe. Ja, das ist auch nicht meins. Alone in the Dark ist nochmal was anderes. Spiele sind seit Alone in the Dark ziemlich weit gekommen. Und da kann ich dir, also wenn du dich dafür interessierst, ein gutes Spiel mal zu, um wenigstens reinzuschauen, dann würde ich empfehlen, das von ihr aufgezeichnete, wie heißt das, Visage anzuschauen. Boah, ist gar, ist auch gar nicht mein Schaufen, ne? Genau, also, genau, da gibt es eine Playlist, die verlinke ich jetzt auch gleich mal und das ist ein Spiel, das tatsächlich krass. Ich sehe hier schon, nee, 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 ich sehe hier schon die Cover und die Fotos und ich verliere schon die Lust. Nee, gar nicht. Okay, okay, würde ich jetzt auch nicht mit, also das würde ich jetzt tatsächlich auch nicht mit, ähm, auch nicht mit Kindern gucken. Nee, ich, ich passe, ich passe. Nicht mein, nicht meins. Ja, auf jeden Fall ist das schon ziemlich spannend und man kann ziemlich gut zuschauen. Und die hat irgendwann Ende letzten Jahr, äh, Ende 2020 angefangen, dem Dezember, ist sie von ihrem Bruder überredet worden wahrscheinlich oder angestachelt worden. Mach doch mal einen sogenannten Event-Charakter auf einem Rollenspiel-Server. Rollenspiel in dem Kontext heißt einfach, schlüpfe, denk dir einen Charakter aus, eine Figur mit Hintergrundgeschichte, Lebenslauf, wo kommt die her, wo will die hin. Ähm, was für einen Job hat die, was hat die gelernt oder der. Denk dir das aus, dann, dann modellier den und dann komm auf diese, in diese Welt, in diese, in diese Lucky, Lucky, Lucky wie, Lucky 5, in diese Welt und guck mal, was passiert. Okay, ganz kurz, was ist ein Event-Charakter? Genau, ein Event-Charakter ist eigentlich dafür gedacht, dass man den nicht langfristig hat, sondern du hast einen Charakter, der quasi nur im Rahmen eines Events gespielt wird und dann ist der im Normalfall entweder tot oder weg oder reißt wieder aus oder so. Also nicht wie mein Skyrim-Charakter, der schon fast zehn Jahre alt ist. Genau, das ist halt ein richtiger Charakter, den er da macht. Aber es ging ja darum, dass seine Schwester, die Pandoria in dem Fall, dann irgendwie da angestachelt werden sollte, das mal zu spielen. Dann hat die das angefangen zu spielen und weil ich ihren Stream geguckt habe, habe ich das gesehen. Mhm. Und das war gut. Mhm. Grundsätzlich mal zum Ablauf, also was ist das jetzt überhaupt? Es gibt dieses Spiel-GTA, diese Spielereihe-GTA. Davon gibt es reichlich Inkarnationen und die letzte davon heißt GTA V. Mhm. Kam 2013 raus, ist also schon gut abgehangen. Und wurde, wird auch remaked und so, irgendwann demnächst. Dieses GTA V ist aufgeteilt in zwei Teile. Einmal das Einzelspielerspiel, was du lokal spielen kannst, mit der Story, die in diesem Spiel drin ist. Und dann einem Spiel, das nennt sich GTA Online. Das ist sozusagen so eine Online-Multiplayer-Version von diesem Spiel. Findet auf der gleichen Map, also das ist eine komplette Insel, die mehrere Quadratkilometer groß ist, findet es statt. Und, ähm, ist dort aber, also auch mit Missionen und sowas dabei versehen, aber ist im Grunde ziemlich flexibel. Also du kannst einfach alles machen, was auch immer du möchtest. Und im Normalfall ist dieses GTA Online, was von dem Hersteller Rockstar, so heißt das Spielestudio, was das Spiel verantwortet, ist eher das wilde Chaos. Also du überfällst Banken und so weiter und so fort. Jetzt gibt es, ähm, in dieser, in dieser GTA Online-Welt ist also, im Grunde, wir stellen jetzt mal fest, es gibt dieses Spiel und dieses Spiel ist von sich aus darauf ausgelegt, dass die Engine so APIs hat, dass so ein Online-Teil funktionieren kann. Also, dass man das irgendwie, dass man da, dass man da eine Spielemechanik hat, um jeden Aspekt des Spiels irgendwie steuern zu können durch, durch irgendeinen Online-Betrieb. Okay. Mhm. Und dann haben sich, ähm, Entwickler hingesetzt und haben etwas entwickelt, das, in dem Fall heißt das Alt, Alt-Wi. Das ist ein alternativer Multiplayer-Client für dieses GTA, für dieses Spiel. Okay. Das nimmt die Engine des Spiels, des Original-Verkaufsspiels, setzt sich oben drauf und steuert die fern. Mhm. Ähm, blöde Frage, was sagt da der, der Hersteller dazu, der sagt, okay, ist mir egal, oder? Ähm, der Hersteller gibt natürlich bestimmte Regeln vor. Ja, ähm, die selber betreiben ja dieses GTA Online und verdienen damit Geld. Mhm. Und wenn du jetzt anfängst, damit Geld zu verdienen, mit dem Betrieb von solchen Servern, dann fänden die das sicherlich nicht so geil. Mhm. Ähm, ansonsten unterstützt der Hersteller ja, ähm, diese APIs und könnte die eigentlich, seitdem es das Spiel gibt, seit 2013, seit 2014 gibt es, glaube ich, das GTA Online. Okay. Könnte diese APIs einfach sperren mit einem neuen Update, mit einem Zwangsupdate in dem Fall des Spiels. Tun sie aber nicht. Im Gegenteil, die entwickeln das weiter und verbessern das. Okay, die spannende Frage ist, ist das jetzt wirklich eine API aus einer Programmierschnittstelle, die der Hersteller einfach nur hat und man hat rausgefunden, also hat das jemand reverse-engineert und rausgefunden oder bietet der Hersteller die wirklich an? Die bietet der Hersteller nicht an. Nein, 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 das hat diese Entwickler, in dem Fall von Altwi, da gibt es auch noch andere solche Erweiterungen, solche alternativen Clients. Ja, ja. Die haben das reverse-engineert, zerlegt, die ganzen APIs dokumentiert und dann obendrauf ein System, diesen Multiplayer-Client gesetzt. Okay. Und dieser Multiplayer-Client jetzt wiederum, der besteht aus einer ganz interessanten Anhäufung an Sachen. Also was der macht, ist im Grunde, du startest den lokal als Spieler, dann startet der erstmal GTA, das Spiel selber, in diesem Online-Modus und dann startet die Engine, sozusagen die Spiele-Engine von GTA. Ja, und dieser Client startet noch zusätzlich ein paar andere Sachen, unter anderem Netzwerkprotokolle, die sie selber implementieren und einen Browser. Und dann legt der diesen Browser über das Bild, was dann GTA selber rendert. Das heißt, du hast diese 3D-Welt und du hast so einen Browser. Du siehst den Browser aber nicht, im Normalfall. Dann bietet dir dieser Multiplayer-Client, dieser alternative Multiplayer-Client an, dich an einem alternativen Multiplayer-Server anzumelden. Und das ist jetzt keiner von Rockstar oder von dem Hersteller, sondern die bieten nicht nur diesen Client an, sondern auch die Server-Seite davon. Und diese Server-Seite wiederum, die splittet sich dann auf in sozusagen so einen Frontend-Teil. Da hast du normale Webseiten, die du betreiben kannst oder betreiben musst, um bestimmte Sachen da zu rendern. Entweder direkt im Client, weil da läuft ja, wir erinnern uns, ein Browser. Der kann ja auch JavaScript und so. Das ist ein ganz moderner V8. Also im Grunde den Chrome, der da so mit drin lauffähig gemacht wurde. Und es gibt die Server-Seite, mit dem dieser Multiplayer-Client dann spricht. Und diese Server-Seite, die läuft dann, wenn du willst, und eigentlich ist das so der Standard, in C-Sharp wird die programmiert. Das heißt, du hast da einfach ein paar DLLs, die werden da geladen. Und dann hast du einen Loop, was sozusagen ausgeführt wird, und Events, die dir über den Zaun geworfen werden, mit einer API, die diese Alt-V-Programmierer definiert haben für sich. Wo sie dann Funktionen dieser GTA-Engine mappen. So, und dann hast du sozusagen mehrere Kommunikationsprotokolle oder Wege zwischen deinem Client, der bei dir lokal läuft, mit GTA-Engine, 3D-Engine, und diesem Server. Und die tauschen Informationen aus. Zum Beispiel, wo befindet sich denn die Spielfigur? Welche Eigenschaften hat die Spielfigur? Bewegt die sich? Gibt es irgendwelche anderen Objekte in dieser Welt? Und diese Synchronisierung von diesen Dingen, die geschieht dann sozusagen im Hintergrund von diesem Client-Server-Konstrukt, von diesem alternativen Client. Aber man muss im Grunde alles, was dann da passieren soll, programmieren. Okay. Und im Grunde besteht dann dieses System daraus, oder es gibt ja nicht nur diesen einen Server, sondern es gibt eine ganze Reihe von solchen Alt-V-Servern, die da betrieben werden. Gibt es dann auch auf der Seite, die wir verlinken, kann man sich dann so eine Übersicht dann da angucken. Gibt es dann sozusagen, ja, viele, die solche Server betreiben, und jeder von denen ist anders. Weil jeder von denen sozusagen einen sogenannten Game-Mode hat, der extra dafür programmiert wurde. Und jede Mechanik, alles, was in dem Spiel passieren soll, alles, was die Spieler sehen, erleben können, was für Funktionen die haben, die wird sozusagen in diesem Game-Mode und in den dazugehörigen Frontends, die dann da angezeigt werden, realisiert. Mach mal ein Beispiel. Das heißt, wenn du auf dem eigenen Server spielst, kann sie nicht auf dem anderen das gleich spielen, quasi. Also die Server, genau, der Server gibt vor, wie die Logik ist, die da gespielt wird. Und jetzt ist das ein bisschen sehr abstrakt, ne? Ich mach mal ein Beispiel. Also die Logik, da steht jetzt ein Auto vor mir, und ich will in dieses Auto einsteigen. Ja, in diesem Spiel. Dann muss ich irgendeine Taste drücken. So, das ist schon Logik, das ist schon Game-Logik. Also, dass ich eine Taste drücken kann, und dieser Tastendruck löst dann irgendeine Funktion auf der Server-Seite aus, die dann zum Beispiel, oder auf der kleinen Seite, die dann prüft, ist da jetzt ein Auto in der Nähe? Sollte ich da jetzt einsteigen können? Und wenn dann ein Auto in der Nähe ist, habe ich das Recht, in dieses Auto einzusteigen? Habe ich einen Schlüssel in der Tasche? Wenn ich das habe, was passiert denn? Welche Animation wird denn jetzt abgespielt, damit dieser Charakter von da, wo er jetzt steht, da in dieses Auto reinkommt? Was passiert denn, wenn er in dem Auto ist? Also soll ich dann zum Beispiel Drehzahlmesser und eine Geschwindigkeitsanzeige einblenden? Okay. Diese Geschwindigkeitsanzeige kommt jetzt wieder aus diesem Browser. Aus dem Browser, okay. Genau, das ist dann ein Browser-Control, das dann da auf einem Canvas einfach eine Geschwindigkeitsanzeige mit Transparenz rendert. Und damit die was anzeigt, müssen da ja irgendwie Daten hin. Also ist dieses Geschwindigkeits-Speedometer hier dieses, ja, ist im Grunde nichts anderes als ein Empfänger von Events. Und wenn das Fahrzeug sich bewegt und eine Geschwindigkeit hat, die da angezeigt werden soll, dann werden Events von der Server- und der Kleinseite hin und her geschickt. Zeig doch mal die Geschwindigkeit oder was die Geschwindigkeit jetzt ist. Das fängt dieses Control ab und zeigt es an. Und das ist jetzt ein kleines Beispiel, aber du kannst es dir ja vorstellen, das passiert dann halt für jeden Spieler die ganze Zeit mit allen Dingen, die da passieren. Ja. Und jetzt ist es so, dass dieses System natürlich schon, bevor ich damit in Kontakt gekommen bin, schon unglaublich groß war und viele, 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 viele Dinge gemacht hat oder kann. Autofahren ist jetzt quasi, das Spiel heißt ja so, ist jetzt quasi nur kleinste Funktion. Türen öffnen, schließen, Essen trinken, gehen, springen, was weiß ich, alles Mögliche. Und eben auch ganz viele komplexe Mechaniken. So. Wenn du das spielen willst, funktioniert das dann so, dass du dich im Grunde, also das ist nicht so einfach. In dem Fall ist es jetzt, mein erster Kontakt mit dieser ganzen Welt war dann über diese eine Streamerin. Und die hat ja, wie gesagt, diesen Event-Charakter gespielt und hat so ein paar Abkürzungen nehmen können, weil das ein Event-Charakter ist. Im Sinne von, dass man selber, ich als Zuschauer habe nicht gesehen, was du alles tun musst, um überhaupt als normaler Mensch Charakter, als normaler Charakter das spielen zu können. Das Ganze läuft unter dem Stichwort Hardcore-RP. Hat jetzt nichts mit irgendwas Anrüchigem oder so zu tun, sondern bedeutet schlicht und ergreifend, das was die da machen, du solltest das ernst meinen. Denn du solltest nichts tun, was du als reeller, existierender Mensch nicht auch tun würdest in diesem Spiel. Okay. Also, weiß ich nicht. Du würdest ja als normaler Spieler auf einem Fahrrad auch nicht die ganze Zeit Vollgas sprinten. Klar. Das heißt, im Prinzip ist die Welt konträr zu dem, was eigentlich GTA ja macht, weil da machst du ja die ganze Zeit diesen, sag ich mal, Blödsinn. Ja, genau. Sachen kaputt fahren, in die Luft sprengen und, und, und. Echte, nachvollziehbare Entscheidungen zu treffen. Ja, okay. Und damit das sichergestellt wird, stellen die das über so eine Whitelist sicher. Das heißt, du kannst dir einen Charakter erstellen, aber du kannst nicht spielen, bis du einen Whitelist-Prozess durchlaufen bist. Okay. Und das bedeutet, du bewirbst dich mit einem Lebenslauf, du erstellst diesen Charakter, du denkst dir aus, warum der eigentlich einreisen will. Ja. Du überlegst dir, was der alles können wird und können soll. Und irgendwann, und dann beginnt sozusagen schon dieses Hardcore, irgendwann hast du dann einen Einreisetermin, weil das ist ja eine Insel, also musst du ja auch einreisen. Und bei der Einreise, das ist sozusagen der Whitelist-Termin, da tauchst du dann mit deinem Spieler auf, wenn du deinen Einreisetermin hast und kannst dann, ja, sozusagen simuliert, bist du an so einem Flughafen dort auf der Insel und musst da einreisen, musst mit Menschen sprechen. Und da gibt es dann Teamler, die mit dir, die dich in Situationen verwickeln, auf die du reagieren musst und da wird geprüft, ob du halt wirklich Hardcore-RP fähig bist. Okay. Das Ganze ist auf Deutsch, ne? Ja, das ist auf Deutsch, genau. Okay, das senkt natürlich die, sag ich mal, die Einschickswürde für viele. So Dinge kennst du ja vielleicht oft aus dem Englischen, aber sehr schön, dass da was auf Deutsch gibt. Genau, das ist vollständig auf Deutsch, hat eine Menge Regeln dahinter, du machst in diesem Whitelist-Prozess natürlich auch so eine Checkliste durch, die du dann selbst beantworten musst. Wenn du das alles geschafft hast, dann darfst du mit deinem Charakter einreisen und darfst den dort spielen. Wie lange dauert denn das? Also das klingt für mich ja schon so, also Rabbit Hole, das ist ein Zeitloch ohne Ende, oder? Also wie lange dauert das eigentlich, bis ich durch diesen Whitelist-Prozess die Bewerbung gemacht habe, da eingereist bin? Also wenn es sich jetzt mal überlegt, ich will das mal geschwind machen, der gerade zuhört oder die gerade zuhört. Also mal geschwind ist es nicht. Ne, das ist schon richtig. Du solltest dir halt überlegen, was willst du da eigentlich machen? Ich kann empfehlen, auch diese Streams erstmal zu schauen, bevor man sich dafür entscheidet. Das probiert man nicht einfach mal so aus an einem Nachmittag. Du würdest dann halt aufschreiben, was will dein Charakter machen, würdest dich bewerben. Das dauert dann vielleicht, ich weiß nicht, wie gut du bist, vielleicht eine Stunde und dann beantwortest du die Checkliste und wenn du die bestanden hast, dann wartest du im Grunde, dann designst du deinen Charakter und wartest auf einen Einreisetermin. Und dann nimmst du an dem Einreisetermin und der ist dann in einer Stunde durch für dich normalerweise. Okay, also doch nicht so viel, ja. Ne, also normalerweise brauchst du da nicht so viel. Wenn du dann da auf der Insel drauf bist, da steigst du dann sozusagen aus dem Flughafen aus und bist auf der Insel und kannst dann loslegen. Für den Fall, dass das jemand sehen will, ich habe tatsächlich meinen Charakter, also meine Frau, die Steffi, hat dann auch quasi aus meinen stundenlangen Sachen ganz kurze Teile geschnitten. Also wirklich nur die Inhalte, die interessant sind, wo was passiert ist, zusammengenommen und hat dann so meine Einreise von meinem Charakter, den ich dann da selber gespielt habe oder selber spiele, mal so auf, was weiß ich nicht, da dauert die Einreise halt zwölf Minuten mit allem. Ja, ja. Wir wissen, dass wenn du da anfängst und einreichst, kannst du da jederzeit aufhören oder musst du da irgendwo spezialisieren und abspeichern? Nö, du kannst ja nicht einfach aufhören. Du verschwindest ja im reellen Leben auch nicht. Das, was du gerade beschreibst, ist in dem Regelsatz als RP-Flucht bekannt. Okay. Und RP-Flucht, du solltest deinen Strang da, wo du gerade in der Situation bist, die solltest du beenden und du solltest nachvollziehbar dann in Pause gehen oder rausgehen. Also zum Beispiel in einem Bett oder zu Hause, wo du bist. Also so einfach so rausgehen, dann hast du die Whitelist nicht bestanden, ganz einfach. Okay, okay, okay. Und wenn du das auch sonst so tust, wenn das ein nicht nachvollziehbares Verhalten ist, dann fliegst du raus vom Server. Da ist ein Support-Team echt dahinter her. Also die List ist halt wirklich, da ist ein richtiges Support-Team dahinter, was dir unglaubliche Mühe gibt. Ja, sehr schön. Ich habe ja nur den Hintergedanken immer so mit Kindern. Mit Kindern brauchst du immer die Möglichkeit, schnell diese RP-Flucht da zu begehen. Ja, kommt immer darauf an, wie das dann passiert, aber wenn du wirklich weg wärst, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, dann lieber nicht. Gibt es an anderen Spielen, wir hatten ja in einer der ersten Folgen über das Elite Dangerous gesprochen und da gibt es auch dieses Combat-Logging. Das ist im Prinzip das Gleiche, wo du kurz bevor dein Raumschiff explodiert, wenn du dann die Box, also die Xbox oder den Rechner ausschaltest, verlierst du ja die Netzwerkverbindung und bist eben nicht kaputt, weil er den Datenstand nicht überträgt. Und im Multiplayer-Game nennt sich das genau Combat-Logging, also auslocken in der Schlacht, bevor du quasi einen Nachteil erleidest quasi und dann startest du halt da kurz vorher wieder. Das ist die einzige Möglichkeit, weil wenn du sonst ja normalerweise kaputt gehst, musst du wirklich sehr, sehr weit zurück. Also es gibt hier ja auch Spielefehler oder so, aber grundsätzlich ist es so, weil das ja Client-Server-basiert ist und du bist eng synchronisiert mit der Welt, das, was du tust und da, wo du stehst, da stehst du auch wieder, wenn du dich wieder einloggst. Und das solltest du dir bewusst sein. Okay, wie oft spielst du das? Also muss man das täglich spielen oder kann man da eine Woche spielen? Ich bin jetzt vielleicht kein besonders guter Fall. Also die Leute, die ich schaue, die spielen das drei- bis viermal die Woche. Und es kommt immer darauf an, wofür du das spielst. Also diese Streamerin, von der ich gesprochen habe, die würde ich sagen, streamt so regelmäßig drei-, viermal die Woche. Dreimal schon, ja. Und ist dann durchaus auch mal stundenlang dabei. Stundenlang heißt auch mal acht Stunden am Stück. Weil du kannst dich da, also die verdient ihr Geld mit Streamen. Das ist ihr Job, ja? Streamen? Ja, ja, klar. Da macht das ja auch Sinn. Ich hatte ja erwähnt, ihr Bruder ist ja tatsächlich der Projektleiter von dem Projekt. Der streamt auch durchaus mal zwölf Stunden und mehr und dann auch mal drei-, viermal die Woche. Okay. Und jetzt hat es aber, wir hatten ja ein bisschen Vorgespräch, hast du erwähnt, du räumst da so ein bisschen auf da drin, ne? Naja, ne, aufräumen, das habe ich nicht gesagt. Ich programmiere mit, ich programmiere mit. Genau, das meine ich ja, ne? Also du spielst jetzt nicht irgendwie und guckst, was da in der Welt ist, sondern du programmierst damit. Genau, deswegen bin ich da jetzt kein gutes Beispiel, deswegen habe ich das gemeint. Ich bin jetzt, also ich habe mir das angeschaut bis ungefähr April letztes Jahr und dann hat der Spieler oder das Team, das diesen Server betreibt, das hatte ein bisschen so eine Split-Erfahrung. Also da waren sie sich uneins, wie es damit weitergehen sollte und dann haben sie sich aufgeteilt. Die eine Hälfte hat einen neuen Server gebaut, gegründet, quasi auf Basis des Quellcodes dieses Lucky Wies. Und dann war Bedarf, haben dann dort der Team, also der Gründer und die viele Leute haben aufgerufen, wer möchte und uns unterstützen kann, der soll uns doch bitte unterstützen, wenn das möglich ist. Und dann habe ich gesehen, die programmieren das ja. Und dann habe ich gedacht, ich habe mich so gut unterhalten gefühlt, also mein Klatschen und so, das hört man ja nicht, wenn ich zu Hause sitze und vor dem Stream klatsche. Deswegen hört man vielleicht, wenn ich was programmiere und denen dann irgendwie die Wünsche und die Verbesserungen, die die im Kopf haben und formulieren in ihren Streams, wenn ich die helfen kann, die mit zu programmieren. Ja. Und dann habe ich mich da gemeldet und das Team hat mich zu einem Gespräch eingeladen und dann durfte ich mitmachen ab dem Moment, so ab April letztes Jahr. Habe mich dann erstmal ganz viel gelernt, lerne ich immer noch die ganze Zeit, in diesen Code damit eingearbeitet und programmiere sozusagen den Game Mode mit in einem Team von, also vier, fünf Leute, die sozusagen sechs, ja bis zu sechs Entwickler waren es jetzt dann größtenteils. Okay. Die, ja, dann das Spiel, die ganzen Spielmechaniken implementieren. Ja, wie groß sind die Code-Banks, wo du dich da durchwühlst? Welche Größenordnung willst du denn, hast du denn da jetzt im Kopf? Lines of Code? Ja, ja, wie irgendwas, wo man sich vorstellen kann. 30.000 Zeilen? War ordentlich. Also von dem Game Mode nur, dann kommt dazu noch die, das Frontend und so, also ich würde sagen so, vielleicht so insgesamt über, also es ist jetzt wirklich sehr über den Daumen gepeilt, vielleicht so 50.000, 60.000 Zeilen insgesamt mit allem. Es ist schon relativ viel. Also so ein durchschnittliches Hobbyprojekt. Es ist halt, es ist halt, es ist halt unglaublich komplex, weil du musst dir vorstellen, dass wirklich jeder Aspekt des Spiels implementiert wird. Und ich hatte auch, ich hatte auch die, ich durfte dann auch den, ja auch direkt Features implementieren. Und das waren auch direkt Features, die ich in den Streams gesehen habe, also die wirklich gewünscht wurden. Okay. Kurze Frage, bevor du da das zeigst. Wenn du sagst, die ganze Mechanik ist programmiert, das heißt, wenn man da von Null anfangen würde, würde gar nichts gehen in dem Spiel. Verstehe ich das richtig? Wenn du von Null anfängst, also das ist in diesem Alt-Wie, wenn du das runterlädst, dann hast du so ein Free-Roam-Modul sozusagen. Da ist kein Code drin, außer quasi das Bare Minimum und das bedeutet, dein Spieler wird in die Welt gesetzt und das war's. Und der kann nichts machen. Der sieht auch, das ist ein Standard, der Standard-Spielfigur mit Standard-Parametern, ohne irgendwelches Aussehen verändert. Einfach nur, der steht dann da auf dieser Karte, du kannst umherlaufen und das war's. Also selbst jede Art von Interaktion und so, die müsstest du erst manuell da reinprogrammieren. Okay, das heißt, die Welt gibt es, das Rendern gibt es, aber alle Interaktionen muss ich von Hand programmieren. Genau, genau. Das weiß einfach nicht, was du von dem Ding willst, wenn du das... Okay, super, ja. Aber ist ja von der, sag ich mal, von der Software-Architektur auch total spannend. Also du hast quasi die Game-Engine im Prinzip, also ich bin jetzt kein Spielentwickler. Wir haben ja hier einen Studiengang mit Vertiefungsrichtung Game-Engine, das war gar nicht meine Baustelle. Aber ich verstehe das jetzt so, du hast diese Engine, kannst du einfach drin rumlaufen, aber nichts mit der Umwelt machen. Und alles, was da oben drauf passiert, steckt dann in diesen 60.000, 50.000. Ja, genau. Also wirklich alles. Okay. Alles, was du dir vorstellen kannst. Also, dass sich jemand vorstellen kann, was da eigentlich, was man eigentlich alles machen muss. Das heißt, wenn ich die Haare schneiden lassen will, dann müsste das jetzt jemand programmieren oder geht das schon? Ja, das muss jemand programmieren, genau. Also, es gibt im Spiel selber, gibt es die Mechanik, dass man die Haare setzen kann, die Frisur und so weiter. Aber wie das dann passiert, dass das ausgewählt, auswählbar ist und so weiter, das musst du dann schon selber machen. Genau. Also, limitiert ist es durch diese API. Also, was kann ich tatsächlich machen? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel die, weiß nicht, wenn ich jetzt die Hosen nicht umziehen könnte, was ich jetzt kann? Ja, genau. Wenn du die nicht umziehen könntest, dann musst du dir was überlegen. Wobei, das ist schon unglaublich generisch alles. Also, eine der Aufgaben ist ja dann auch, die Sachen so zu bauen, dass du die implementiert kriegst, obwohl vielleicht die Engine das so gar nicht kann. Also, da gehen dann auch Sachen, die in der Engine eigentlich so nicht vorgesehen sind, indem du Umwege gehst. Okay. Und da gehst du halt auf die Features zurück, die du halt hast in dem Ding. Genau. Okay, sehr coole Geschichte von der, erzähl mal von der Build-Pipeline. Also, wenn du da jetzt drin programmierst, den Code-Checks in irgendeinem Repo ein. Oder wie funktioniert das? Ja, genau. Also, es gibt einen GitLab, was da betrieben wird. Und da, also, du musst dich mit, wenn du da jetzt dich bewerben würdest, musst du dich mit Standardmechaniken, Standardtechnologien auseinandersetzen. Da ist jetzt nicht so irre viel anders als woanders. Und dann ist ein CI-CD-Pipeline dahinter. Das heißt, wenn du Code eincheckst und das hast du im richtigen Branch gemacht, dann kannst du den dann in den Master oder in den Test mergen. Und von dort werden dann halt tatsächlich Docker-Images gebaut, die dann auf den einzelnen Servern umsetzbar sind. Das heißt, wenn du mit Docker dich auskennst, bist du schon gut geeignet. Okay. Und vom Testen her, also, guckt da noch jemand drüber? Testet das noch mal jemand? Oder weil du auch gesagt hast, Test-Server? Ja, genau. Es gibt einen Test-Server. Spielt da jemand auf Test-Servern? Das heißt, die Welt, die wird einfach zweimal betrieben auf einem anderen Server. Und dann, wenn du was neu implementierst oder so, dann kannst du die, dann kannst du dort Mail einer großen, ja, den Supportern, so dem Team zur Verfügung stellen. Und dann kann das dann da durchgetestet werden. Solltest du, wenn du ein Feature oder sowas baust, solltest du dann auch tun. Ja. Und grundsätzlich ist es halt so, du hast natürlich auch lokal die Möglichkeit. Ich kann halt lokal auch einfach immer in Visual Studio und drücke ich auf Debug. Dann startet er diesen Server und dann starte ich GTA und connecte mich lokal zu diesem Server. Also ich habe lokal natürlich auch im Docker einmal die komplette Umgebung laufen. Mit Datenbank, also vielleicht noch zur Software, wie das so aufgebaut ist, falls jemand interessiert ist, da bei sowas mal mitzumachen. Kann ich ja nur für werben. Wir suchen immer Leute, die uns helfen oder das interessiert. Du hast diese C-Sharp, das läuft in diesem Server, diese deine C-Sharp-Module. Und dann kommunizieren die über PubSub mit dem Frontend. Das läuft dann unter PHP meistens, normalerweise. Also diese Webseite und diesen Tarot, der in JavaScript da mit drin läuft. Quasi die Frontend-Kleinseite, JavaScript und PHP. Und wie kommt man da auf PHP? Egal, weiter im Programm? Weiß ich nicht. Das Team hat das so entschieden. Kann man irgendwas anderes nehmen? PHP ist halt irgendwie straightforward und viele Leute programmieren. Ich glaube, die Handreichung hier ist, du willst möglichst viele damit erwischen und PHP erwischst du wirklich viele. Und PHP ist auch einen weiten Weg gekommen. Ist ja lange nicht mehr so schlimm, wie es mal war. Und du hast noch eine Datenbank dazwischen mit einem ordentlichen Entity-Framework-Setup für irgendwelche Datenstrukturen. Also jedes Auto, jeder Charakter, jeder User, jedes alles irgendwie ordentlich abgebildet. Und dann kommunizierst du damit PubSub und Datenbank und zwischen den einzelnen Events und empfängst die Events und sendest die Events. Und dann musst du halt schauen, dass du das, wenn du was entwickelst, auch ordentlich erstmal selber lokal testest, genau. Aber im Prinzip, also die Idee ist ein Nischenprodukt, weil kann jetzt dann nicht jeder drin programmieren, aber die Idee ist ja irgendwie schon cool. Weil ich überlege mal gerade nicht, wie oft saß ich vor den Games, die ich richtig gerne mag, wo ich auch viel Zeit schon versenkt habe. Und dann immer gedacht habe, boah, wenn jetzt das gehen würde oder jenes gehen würde. Und dann verlierst du manchmal die Lust an so Games, weil eben bestimmte Sachen gar nicht gehen. Also eigentlich total cool, sowas zu machen. Könnte ja fast so eine Möglichkeit sein, wie man Spiele anbietet zukünftig. Also dass du sagst, da ist die Game Engine und das eigentliche Game programmiert euch obendrauf. Ja, aber so funktionieren ja, wie ich das verstehe, auch alle MMOs. Also du hast eine Game Engine, die bei dir lokal läuft und die wird im Grunde weitestgehend ferngesteuert. Weil du willst halt optimieren, wie viele Nachrichten schickst du zwischen Client und Server hin und her? Also der Unterschied zu einem, sag ich mal, herkömmlichen MMO, was ich da jetzt spannend finde, ist tatsächlich diese Erweiterbarkeit. Wenn du sagst, also gibt es das schon immer bei Games durch Mods, dass du irgendwelche Mods einspielen kannst. Aber hier ist es einfach nochmal anders, weil du wirklich ganz, ganz viel oder eigentlich alles an dem Game ja selbst machst. Ja, genau. Außer die Engine. Und du kannst ja auch eigene Assets und so weiter einführen, eigene Karten, MLOs nennt sich das, irgendwelche Änderungen an der Karte vornehmen. Und das passiert ja auch, dieser Server lebt ja die ganze Zeit. Und da werden auch tatsächlich die Karte selber angepasst, geändert, Sachen hinzugefügt. Kann man die grundsätzlich anders gestalten oder ist man an diese Vorgabe von der Karte erstmal gehalten? Du hast erstmal die Karte und du kannst dann Änderungen daran vornehmen. Also es gibt Dinge, die kannst du dann ändern. Ich bin jetzt kein Mapper, aber da gibt es halt ganze Gebäude, die gibt es nicht auf der Karte normalerweise. Die sind da dazu gepackt und da kannst du reingehen. Ja, oder auch generell so das Wohnungssystem. Du hast halt Türen und da ist halt im normalen Spiel nichts. Aber da ist es halt hinterlegt, dass dann dort sozusagen ein Menü möglich ist, dass man dann eintreten kann, wenn man den richtigen Schlüssel hat. Sehr, sehr cool. Also ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Setting, weil nochmal die echte Welt zu spielen oder eine echte Welt zu spielen. Also da konnten mich auch die Games nie so überzeugen, aber wir hatten ja vorhin gesagt, Science-Fiction, also da bin ich ja ein bekennender Science-Fiction-Fan. Also sowas mit Science-Fiction-Background, da würde ich ja instant aufspringen. Ja, Cyberpunk soll ja sowas auch kriegen. Aber die Sache ist halt wirklich, du hast halt die Pandemie gehabt und viele Leute haben halt keine sozialen Kontakte mehr gehabt. Und da findet halt jeden Abend eine Party statt. Ja, ja. Und das ist halt schon was anderes, weil du hast Künstler auf diesem Server, DJs, die treten da auf, Sänger, Tänzer, du hast Taxifahrer, Busfahrer, was auch immer. Du hast auch komplette Wertschöpfungsketten, also wirklich eine Wirtschaftssimulation da drin. Ja, okay. Also wenn da jemand, ich mach mal ein Beispiel, der Gründer davon, der Projektleiter, hat jetzt ein neues Unternehmen gegründet. Das Unternehmen heißt Wallis Brause. Der Charakter, den der spielt, heißt Walter Weiß, also Walter Walli. Also hat da, ist eigentlich Chief of Police, also der Chief der Polizei dort auf dem Server und nimmt das auch ernst, das Chief of Police. Der hat jetzt dieses Wallis Brause gegründet und hat da, stellt da jetzt Energydrinks her. Der Chef der Polizei hat eine Brausefirma gegründet, wenn das nicht nach Korruption riecht. Vorlage für einen tollen Krimi. Ja, kannst du machen. Es gibt ja auch eine Crime-Seite von dem Ganzen. Du kannst ja auch Crime-Line, du kannst ja auch Verbrechen dann machen, Drogen verkaufen oder sowas. Aber, ah, okay, aber darfst du dich halt nicht erwischen lassen, sonst wandtest du in den Bau. Sonst kommt die Polizei, genau, wenn du dich erwischen lässt, sonst wandtest du in den Bau. Gibt auch Regeln für. Aber was der halt macht ist, um so einen Energydrink herzustellen, muss er, das ist halt eine Dose mit der Energydrink drin, da brauchst du Wasser, da brauchst du Zutaten, die Zutaten muss jemand herstellen. Damit zum Beispiel die Wassermelonen Geschmack ist, muss irgendjemand Wassermelonen angebaut haben und dann wird das von einem anderen Unternehmen, werden die Wassermelonen eingekarrt. Also die kannst du auch wirklich anbauen, da gibt es Felder auf der Insel. Dann gibt es irgendwelche Spieler, die bauen den ganzen Tag Wassermelonen an, die liefern die dann an diese Human Labs, die machen da draußen einen Geschmackspulver und das benutzt der dann, um das mit Wasser zu mischen und Wassermelonengeschmack herzustellen. Dann kommt noch Taurin und so ein Zeug dazu, das auch von denen kommt, das wird auch irgendwo hergestellt. Und dann hat er einen Wassermelonen-Energydrink. Und den kann er dann verkaufen. Und der muss aber alle diese Sachen auch einkaufen. Und so entsteht ein Wirtschaftskreislauf. Und das funktioniert halt mit allen Sachen da drin. Also ob du da irgendwie, weiß ich nicht, eine Pizza kaufst oder so, die muss hergestellt werden aus einzelnen Sachen. Kannst auch selber kochen, wenn du willst, aber kannst auch kaufen. Und damit du das machen kannst, musst du halt Geld verdienen. Als Spieler. Also das ist schon echt eine krasse Simulation von der Umgebung. Und ich meine, was ich jetzt noch gar nicht erzählt habe, ich habe ja erzählt, im Grunde wird dann jeder Spieler für sich einmal simuliert auf dem Client, also lokal bei dir. Aber es geht ja weiter. Du hast ja nicht nur einen Spieler, der sich damit verbindet, sondern da hast du dann so in der Spitzenzeit hatten, die hatte dieser Server jetzt, oder ist der größte Alt-V-Server in Deutschland, hatte der halt 570 gleichzeitige Spieler, die gleichzeitig in dieser Welt, in dieser Simulation drin sind. Und, ach, was ich noch gar nicht erwähnt hatte, die können ja auch alle miteinander sprechen. Also du hast auch Telefone da drin, kannst Menschen anrufen, aber du kannst halt mit allen sprechen. Im Grunde ist dahinter nochmal eine riesige Telefonanlage, die auf Annäherung funktioniert. Also wenn du jemanden nicht anrufst, kannst du auch einfach zu dem hinlaufen und dann redest du mit dem. Es gibt aber in der Welt keine Gäste, oder? Also es ist wirklich auf die, okay. Es gibt keine Touristen im Sinne von, dass du mal da mal eben vorbeigucken kannst. Dafür sind die Streams tatsächlich gut. Ja, ja. Das heißt, wenn ich irgendwas aus dieser Welt rausbringen wollte, dann würde das eben nur über die Streams gehen. Ja, genau. Also wenn du was rausbringen willst aus der Welt, dann würde das nur über die Streams gehen im Moment. Vielleicht kommt sowas ja mal. Keine Ahnung. Wie einfach ist es denn, wenn du sagst, du brauchst jetzt so einen Raum, so einen Raum mit Ausstattung, weil du sagst, es ist halt wie in echt gemacht. Also bekomme ich jetzt an so einen, nee, nee, ich sage, da ist jetzt eine Welt und ich bräuchte jetzt einen Raum, wo ich was drin machen kann. Achso, ja, dann rufst du da an. Also dann guckst du, wer das vermietet. Das ist das Nächste. Es gibt ein eigenes Internet in dieser Welt. Also du hast ja einen Browser auf deinem Telefon. Okay, okay, okay. Und gibt es aber leerstehende Gebäude oder so? Gibt es da eine öffentliche Verwaltung? Ja. Also ich denke jetzt mal laut, ich denke jetzt mal laut. Jetzt hast du ja vorhin gesagt, Pandemie und Gedönsmehr war es letztes Mal sehr viel über die Digitalisierung in der Bildung gesprochen. Und ich glaube, wir hatten das kurz noch in der, im Nachklang nochmal kurz drüber gesprochen, wo ich nochmal erwähnt hatte, ist das so ein bisschen wie Second Life. Also früher, wer das kennt, hat ja nicht ganz so geklappt, aber Second Life, wo eigentlich die Leute auch irgendwas da online gemacht haben. Und ich denke jetzt gerade so drüber nach, also was ist denn das Höchste an Gefühlen, was wir momentan in der digitalen Lehre machen? Zoom-Calls mit 20 Leuten oder 30 Leuten oder Studierenden, an den Unis ist ja noch viel schlimmer und alle bilden aus und im Prinzip im Endeffekt entweder Frontalunterricht oder du machst so Breakout-Sachen, wo eben dann Studierende zusammengepfercht werden, die müssen dann halt in so einem digitalen Raum arbeiten und geben dann die Sachen ab. Und dann gibt es auch noch Varianten, wie ich das mache, dass du halt in Vorlesen auch Streams und dann mit dem Chat interagierst, was vielleicht ein bisschen, also wenn du dich mal daran gewöhnt hast, wie das mit dem Stream geht, einfacher ist, gegen die schwarze Wand zu reden, als das in einer Videokonferenz zu machen. Also was im Endeffekt, wenn keiner darauf reagiert, ist ja eh wieder so, das denke ich gerade nach. Jetzt ist das Ding ja auf Deutsch und wenn du jetzt die Einschicks-Hürde nicht so schwer ist und wenn du das ja streamen kannst, also jetzt kannst du natürlich, weißt du, worauf ich hinaus möchte, jetzt kann ich natürlich ein Echt streamen, ja, könnte aber zum Beispiel auch mal so eine Vorlesung in Lucky Five anbieten. Ja, kannst du ja machen. Deswegen meine Frage, gibt es da also, wie schwer ist das da, was du bekommst, wie hoch ist eigentlich, sag ich mal, wenn das halt so nach einem Regelwerk aufgebaut ist, wie schwer ist da diese Schmäle da reinzukommen, also wo ist dieser Break-Even-Punkt für mich? Ja, du solltest sowas nicht auf dem Server machen, auf so einem Hardcore-AP-Server, sondern dafür kannst du ja die Technik trotzdem verwenden. Also du hast ja diesen kompletten GTA, hast du ja Basis als Funktion und könntest das theoretisch dafür verwenden, auch Einblendungen und so weiter zu machen. Und, also ich werde den jetzt auch reinpacken, ich habe jetzt hier zum Beispiel so eine Dienstbesprechung von gestern, die habe ich auch gestreamt und da hast du halt irgendwie, wie sind das, zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, vierzehn, sechzehn, achtzehn, zwanzig Leute, die dann im Kreis stehen und miteinander sprechen, eine Dienstbesprechung machen für Busfahrer. Bierchen trinken. Und im Hintergrund siehst du jetzt zum Beispiel auch, dass da ist Feuerwehr da, weil da ist irgendwie so ein Kabelbrand oder so gewesen und deswegen ist die Feuerwehr gerufen worden und es gibt halt Spieler, die spielen Feuerwehr. Die kommen jetzt und checken ab, ob da irgendwas brennt. Und du kannst das schon, deine Vorlesungen theoretisch, da drin halten. Also das ist besser als, ich meine, ich habe ja Second Life, du hast ja bestimmt auch Second Life mal angeguckt, das ist halt ein Mist dagegen, ne? Ja, ja, weil ich sehe also, wer zuhört, sieht das nicht. Also ich sehe die Bilder, die Grafik ist super und also das wäre nochmal, da läuft auch gerade eine Feuerwehrbrigade vorbei mit einem, vielleicht nicht. Also die drei Leute, die dann quasi nicht Feuerwehrmonteur haben, das sind welche von uns, die sind da quasi, das ist der Feuerbeauftragte, der Brandbeauftragte von dem, von diesem Gebäude da und der führt die jetzt dahin, wo es, wo der Kabelbrand ist. Und die Leute, die da sind, die sind halt alles Charaktere, die eine eigene, in dieser Welt eine eigene Rolle spielen. Und, also worauf ich raus möchte, stell dir mal vor, so eine Welt und du machst in dieser Welt, also echte Lehre, ne? Also du, du, du bringst den Leuten, also du kannst das an, ne? Ja, kannst du machen, ich meine, ich habe meinen ersten Hilfkurs da drin gemacht. Ich muss, ich habe ja meinen Führerschein, ich konnte es nicht einfach Auto fahren, ich habe einen Führerschein gemacht in dem Spiel, aber machen müssen. Und dann hast du eine Theoriestunden, du hast Übungsstunden und du hast eine Praxisprüfung. Praxisprüfung. Aber was denn invest, also das machen ja dann auch Leute, ne? Also da sitzt da jemand, der dann diese Theorieunterricht hält und jemand, der die Prüfung abnimmt, also irre, ne? Naja, aber die spielen halt, ja. Und was ich jetzt, was ich jetzt da mache ist, also deswegen war, war ich ein schlechtes Beispiel, ich bin sozusagen im Hintergrund am Programmieren und habe erst gar nicht selber gespielt. Okay. Habe aber jetzt zu spielen angefangen, aus dem einfachen Grund, weil mir aufgefallen ist, wenn man so tiefe Spielfunktionen programmiert und dann darauf angewiesen ist, dass man anderen dabei zuguckt, wie sie es ausprobieren, wie sie es wirklich im Echten anwenden, weil das immer noch was anderes, nur weil das technisch funktioniert, also es jetzt funktioniert wie designt, heißt nicht, dass es sinnvoll designt ist. Ich muss gerade ein bisschen lachen, weil Daniel, du zeigst gerade den Kreis von dieser Dienstbesprechung und da kam einer dazu und der hat sich so ein bisschen reingerempelt und den Ring, also der Personen, die da stehen, so ein bisschen zurechtgerüttelt und jetzt läuft aber einer wieder weg und steht da hinten irgendwie mit dem Busschen. Der holt sich da gerade was an den Wagen, das ist ein Verkäufer, der verkauft Getränke und Essen, weil du musst auch essen und trinken, sonst fällst du um im Koma und dann musst du zum MD. Okay. Naja, dann hast du halt, ja, dann bist du halt, weiß ich nicht, dehydriert und dann musst du halt einen Arzt rufen oder jemand anderes muss den Arzt rufen, weil du fällst dann halt irgendwann um. Okay. Also du musst das halt ausspielen, also auch wenn du einen Unfall baust, wenn ich jetzt mit dem Auto wogegen fahre, dann verändere ich ja die Umwelt und mein Auto geht kaputt und ich verletze mich, ich muss dann zum Arzt. Also du musst zwingend zum Arzt, du musst das ausspielen, so nennt sich das. Wenn du dich verletzt hast. Kannst nicht einfach ausloggen oder so, kannst du schon machen, aber dann fliegst du halt vom Server und dann wirst du halt gebannt. Genau, kein Combat Logging. Ja, oder generell auch so irgendwelche Kämpfe oder so, ist ja auch verbunden. Was mache ich denn, wenn jetzt niemand online ist, der ein Arzt ist? Also rein von der Spielemechanik, was du jetzt gerade erklärst. Ach so, ist mir noch nicht passiert, aber es kann sein, dass das MD vielleicht zu ist oder so, dann musst du dir halt einen Weg raussuchen. Da hinten war gerade ein Glitch, hast du das gesehen? Ja, ja. Da ist dieser Wagen vorbeigefahren und der ist da nochmal so fünf Meter zurückgesprungen. Ja, ja, das macht nichts, das sind Züngprobleme oder so. Da muss die Engine auch mit klarkommen. Du musst halt überlegen, 2013, ne? Die Engine, 2013. Ja, ja, ja. Das geht alles heute wahrscheinlich besser und schöner, aber du musst halt gucken, dass das irgendwie, ja, dass das irgendwie auch synchronisiert wird. Also jetzt in dem Fall, also ich habe ja dann auch noch weitere Sachen programmiert, die nicht nur im Spiel drin sind. Ja. Wie ist denn das, also jemand, der das spielen möchte, braucht der jetzt bei diesem GTA Online einen Account und zahlt dann an Boxstar Geld? Ne, nicht an GTA Online, du brauchst einen Account bei Lucky, bei dem Projekt brauchst du einen Account. Und die verdienen damit kein Geld, das ist für die einfach nur so ein Spaß. Exakt, also mit dem Spiel, das ist komplett kostenlos, du brauchst nichts ausgeben, das kostet kein Geld. Also der ganze Server wird für dich bezahlt, musst du nix bezahlen. Gibt aber überhaupt gar keinen Weg, irgendwas zu bezahlen bei dem Projekt. Du kannst, wenn du möchtest, Patreon spenden, aber dann spendest du an den, an den, an den Projektleiter sozusagen. Projektleiter, okay. Und die Server, das wäre ja meine Frage, die Server laufen ja irgendwo, die laufen jetzt dann nicht bei Rockstar. Ja, die sind auch reichlich teuer. Okay. Aber das, wie gesagt, die Leute, die damit dann, also was ein völlig legitimer Weg ist, damit Geld zu verdienen, ist halt mit dem Streaming davon. Und das machen die Leute dann damit. Die verdienen dann auch durchaus damit Geld, dass sie da streamen und Bekanntheit bekommen. Und du hast halt, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, das war so ein Menü auf dem Bildschirm, wo ich die Animationen ausgewählt habe und so weiter. Du siehst da so ein Telefon auf dem Bildschirm, du siehst da irgendwelche Icons links und rechts. Das ist alles aus dem Spiel. Das Einzige, was jetzt nicht im Spiel ist, sind halt ein paar Overlays, die ich bei mir im Stream drin habe, die ich dann selber programmiert habe, auch für diese Busfahrer zum Beispiel da, weil mein Charakter ist tatsächlich Busfahrer in dem Fall. Und dann habe ich so kleine Applikationen programmiert, die man dann so overlayen kann. Also zum Beispiel. Ist schon mal jemand überfahren da drin? Nein. Das wäre auch nicht gut, weil du musst dich mit der Feuerwehr, der Polizei und allem möglichen auseinandersetzen. Deswegen frage ich halt gerade. Du bist dafür verantwortlich tatsächlich. Also wenn du jemanden überfährst, dann hast du ein Problem. Der andere auch. Also auch wenn du dich verletzt oder so, wenn du jetzt irgendwo runterfällst, dein Charakter ist dann halt, was weiß ich, also es ist so ein Beispiel in den Regeln. Wenn du ein Bein verlierst, dann hat dein Charakter ein Bein verloren. Ende der Geschichte. Okay. Genau. Und ja, jetzt hier so ein Menü zum Beispiel. Das ganze Menü kommt halt aus der Datenbank und so weiter und so fort. Und wird dann halt, steuert dann halt Sachen auf Client und Server, links und rechts. Okay. Und ich habe mich dann halt. Und das ist jetzt so ein Overlay in JavaScript geschrieben. Genau. Das ist JavaScript plus vom Game Mode sozusagen gefüllt. Okay. Genau. Und da gibt es so Menüsysteme, Fenstersysteme. Gibt zum Beispiel auch dieses Internet dort. Das nennt sich in dem Fall Venture zum Beispiel. Ja. Und das funktioniert im Grunde wie ein Social Network. Also das sieht so ein bisschen aus wie Twitter. Und alles, was da drin steht, das wird sozusagen von den Spielern im Spiel gemacht. Im Spiel, okay. Also hier, weißt du was ich, da steht dann zum Beispiel, dass irgendein Geschäft geöffnet hat und mit den neuesten Angeboten, da kannst du dir so einen Laptop kaufen. Genau, im Spiel, den hast du dann auch im Spiel. Oder hier, weiß ich nicht, das ist jetzt hier so ein Getränke-Cappuccino- und Käsewurst-Bagel und sowas. Wie kommst du in dem Spiel initial an Geld? Wenn du sagst, du musst ja trinken, essen, also. Ja, ganz einfach. Gehst du zum Department of Labor, wenn du einreifst? Ja, kein Witz. Gehst du zum Department of Labor, lernst dich arbeitslos. Okay, und dann kriegst du so einen Grund. Sozialhilfe. Klar, ja, klar. Kriegst du so ein Grundgeld für Online-Zeit? Ja, ich bin ja ein großer Fan von bedingungslosen Grundeinkommen. Ist das tatsächlich. Ist das, okay, ja, ja. Ja, genau. Und dann gibt es hier Sozialhilfe. Es funktioniert, die Leute machen trotzdem was. Also super Beispiel. Ja klar, weil sie das ja aus Eigeninitiative machen. Ja, ja, intrinsisch. Hier steht sogar, 45 Dollar die Stunde, maximal 180 Dollar am Tag. Ja, muss man dafür online sein oder kriegst du das Geld dann pro? Ja, du kriegst kein Geld, wenn du nicht da bist. Genau, also nur für die In-Game-Time. Genau, deswegen ist das pro Stunde, 45 Dollar pro Stunde, maximal 180 am Tag. So eine Wohnung vielleicht zum Vergleich, die billigsten Wohnungen gibt es für 43, 40 Dollar, glaube ich, am Tag. Okay. 30 Dollar am Tag? 30 Dollar am Tag. Aber auch die Abrechnung erfolgt nur für Online-Zeit. Also ich bin, okay. Wenn du da nicht drin bist. Nee, Miete zahlst du, wenn du nicht online bist. Na, okay, du siehst da dahinter, das nehme ich. Also dein Konto wird dann immer leerer, immer leerer und irgendwann fliegst du aus der Wohnung raus. Also du darfst auch nicht, also du solltest auch nicht lange offline sein oder so. Also wenn du einen Monat nicht da bist, ohne sozusagen beim Support Bescheid gegeben zu haben, dann ist dein Account auch erstmal gesperrt. Genau, deswegen kein echtes, bedingungsloses Grundeinkommen, weil du, es ist im Prinzip gebunden an die Online-Zeit, die du hast. Ja, klar. Das Problem ist, du hast gegenüber trotzdem laufende Kosten, auch wenn du nicht online bist. Da hinkt das für mich noch ein bisschen. Nee, das ist ja schon sinnvoll, du willst ja nur aktive Spieler haben. Und du hast halt in diesem Spiel über den Tag hinweg halt wirklich eine große Menge an aktiven Spielern. Also irgendwas so innerhalb von 24 Stunden, so 808 Spieler. Ja, ja. Verschiedene Charaktere. Also wie finanziert sich die Sozialhilfe oder wie wir das nennen möchten? Die Sozialhilfe, die wird Gott gegeben sozusagen. Die wird vom Projekt, das DOL ist betrieben vom Projekt oder auch von Spielern natürlich. Und da musst du dir vorstellen, die gehen halt her und sagen, so wir helfen jetzt hier der Welt. Ja, helfen der Welt ist aber auch ein bisschen. Ja, ja, natürlich. Deswegen war vorhin meine Frage, gibt es da eine Behörde oder so? Ja. Es gibt halt alles, was du in der normalen Welt auch hättest. Du hast eigene Gesetze da drin, du hast eine eigene Polizei, LSPD, die auch von Spielern gespielt wird. Gesetze, verschiedene Gesetzbücher, die dann auch quasi im Spiel geschrieben werden. Also wenn sich da irgendwas ändert oder wenn irgendwelche Sachen auffallen, dann werden die da reingeschrieben und dann gilt das halt so. Luftverkehrsordnung habe ich gerade gesehen. Ja, klar. Luftverkehrsordnung. Es gibt zum Beispiel auch Angeln. Angeln gibt es zum Beispiel auch. Ich weiß gar nicht, wo das steht. Tierschutzgesetz oder so. Ja. Verbraucherschutzgesetz. Alles Sachen, die auffallen. Ja. Handelsgesetzbuch. Ja, und dann hast du halt viele, viele, hast du deine eigene Jobbörse sozusagen. Du kannst ja auch selber ein Unternehmen gründen. Du kannst es auch vom DOL unterstützen lassen, vom Staat. Du hast dann, wie so Venture Sites nennt sich das, du hast dann wie so eine gelbe Seite. Das ist schon echt richtig viel Zeug, was man dann auch über die Streams dann sieht. Mhm. Also ich verrate jetzt nichts Geheimes oder so, oder welche ein Teufel tun. Nee, also ich denke mal, dass, also gerade wenn du da sehr viel über die Streams so guckst, du kriegst ja eigentlich nochmal einen ganz anderen Einblick, also sehr schön. Na, weil die ist Browser. Ja. Genau. Also das ist ein, ich sehe das gerade, das ist ein Internet, quasi im Internet. Genau, das ist ein Internet im Internet. Also das ist halt komplett abgetrennt, das ist nur in-game, du hast es nicht außerhalb und du hast das dann einfach so. Also auch nur in-game Grafiken oder Screenshots. Genau, inklusive so ein eigenes YouTube zum Beispiel neuerdings. Also das ist eines der Features, die jetzt neu dazugekommen ist. Das ist so ein Venture Tube, nennt sich das. Ja, ja. Und das ist einfach ein eigenes YouTube im... Sehr schön. Genau, und da sitzen, da sind dann Leute, die dann da... Ah, kann man ohne Ton, genau. Die dann da interviewt werden und dann irgendwie Sachen machen. Das ist schon echt cool. Genau, also halt wirklich, wirklich ziemlich, ziemlich komplex. Genau, das ist zum Beispiel ein Polizeieinsatz, ein Bericht davon und so. Ja, es ist halt schon echt krass gemacht. Nächtliche Ratzka in South Los Santos. Ja, und dann geben da Leute Interviews. Genau, also das ist halt wirklich ein eigenes E-Mail-System, hast du da drin. Genau, und die Karte selber, die ist halt wirklich hochkomplex, also wirklich riesengroß. Du brauchst halt wirklich auch lange, um da von A nach B zu kommen. Ich weiß nicht, ob du GTA 5 schon mal gespielt hast. Nee, 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 hab ich nicht, glaub ich. Also die Insel selber ist halt wirklich ziemlich groß und du musst dir überlegen, ja, von einem Ende zum anderen fährst du schon so Viertelstunde, 20 Minuten. Eher länger, weil du hast ja auch Geschwindigkeitsbeschränkungen und so. Sonst kommt die Polizei. Ja, genau, sonst kommt die Polizei und die hat dann halt Features. Habt ihr schon Blitzer drin? Nein, Blitzer gibt's nicht. Vielleicht gibt's sie ja, da weiß ich nicht. Noch keine gesehen. Noch keinen gefunden. Nee, aber es gibt natürlich, also du wirst natürlich, wenn du zu schnell bist, auch von der Polizei angehalten. Ja, ja, okay. Genau. Ja, und du hast, da gibt's auch so Seiten, da sind dann halt alle Streamer, die auf diesem Server streamen, die dann halt zusammengefasst. Da kannst du dann halt sehen, wer ist da gerade online und wer fährt da gerade und macht da gerade und tut. Und es ist halt schon unglaublich interessant, da einfach mal durchzuklicken und zu gucken, was die Leute so machen. Genau. Ja, und ich hab dann halt so, ich mein, ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, was für Features man da so implementiert. Zweitschlüssel zum Beispiel, das war das allererste Feature, was ich implementiert hab. Also es gibt da halt, du kannst Wohnungen mieten und ich hab jetzt in den Stream von dieser Streamerin auch immer schon gesehen, ja, die hat ja da jetzt einen Mann, einen Freund, mit dem sie die Wohnungen teilen wollen würde. Aber nur sie hatte den Schlüssel zur Wohnung und hatte auch nicht spieltechnisch die Möglichkeit, irgendwie den Schlüssel weiterzugeben oder zwei Schlüssel anzufertigen. Also gab's dann irgendwann, und da hab ich dann, das war so mein erstes Ding, was ich da implementiert hab, gibt's dann Zweitschlüssel. Ein System, dass man jemand anderem Zugang zu einer Wohnung geben kann. Okay. Und das wird immer, also solche Sachen werden dann halt auch immer weiter, immer weiter ausgebaut. Und ich kümmere mich halt tatsächlich auch darum, weil ich das spiele, umso Politur. Ich versuche halt, wenn mir was auffällt, das dann auch irgendwie Das hab ich vorhin mit dem Aufräumen gemeint. Zu polieren, ja. Ja, weißt du zum Beispiel, dass wenn man an der Tür außen klingelt, ich meine, man glaubt ja gar nicht, wie komplex sowas ist. An der Tür klingeln kann ich's vielleicht am besten erklären. Du stehst draußen vor einer Tür und drückst die Klingel. Ja. Was passiert alles? Aus deiner Sicht. Was würdest du erwarten, dass alles passiert? Ja, innen drin klingelt's. Innen drin klingelt's. Ja. Und außen? Du hörst ein leises Klingeln wahrscheinlich. Genau, du hörst ein leises Klingeln. Jetzt steht einer neben dir. Ach, der hört auch ein leises Klingeln. Ja, siehst du? Alle in der Wohnung hören doch bestimmt auch ein Klingeln, oder? Ja, ja. Von wo kommt das Klingeln denn? Okay. Ja, okay. Von einer Klingel. Ja, von einer Klingel, aber wo ist die Klingel und so weiter? Also du musst halt wirklich übergeben. Du musst erst mal eine Klingel kaufen, installieren. Eine Klingel kaufen, installieren das nicht? Nee, aber ich gehe jetzt um das Programmieren. Also rein programmiertechnisch musst du halt nicht nur einen Klingelknopf haben, sondern du musst halt, wo klingelt es? Viele Sachen, Abhängigkeiten, ja. Diese ganzen Sachen musst du halt bedenken und dann hast du halt dein nächstes Problem, dann stehst du dann davor, hast getestet, alles implementiert und dann steht dann ein anderer Tester neben dir und meint so, ne, ich hör nix. Ja, der hört nix, weil du hast es noch gar nicht eingebaut. Du hast nicht dran gedacht, dass natürlich nicht nur der eine das hören soll, sondern alle, die drumherum stehen. Weil das natürlich auch wieder für das RP, für dieses Roleplay wichtig ist, weil wenn du überfallen wirst oder so und du fängst dann an da zu klingeln, dann hört der andere, der dich überfällt, natürlich auch, dass du da klingelst. Ja, also du hast halt immer diese ganzen Dynamiken oder wenn es klingelt, dann hört dann nicht nur der Besitzer der Wohnung das und so. Also so ist es halt in real auch und du willst das halt auch so spielen können. Ja, das sind halt wahrscheinlich Kleinigkeiten an die, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, ich glaube, war das nicht Riddick als eines der ersten Spiele, was Schatten hatte, also wo du Lichteffekte, also ein Schatten von deiner Figur hattest. Ja, das war Riddick. Wo du quasi bei dem, glaube ich, bei dem Game das erstmal gedacht hast, aus der Ego-Perspektive, wo du gedacht hast, das hat bis heute immer gefehlt. Und ab dem Moment fällt dir das bei jedem Spiel auf, wo deine Figur keinen Schatten wirft. Also so Kleinigkeiten wahrscheinlich haben. Ja, und es gibt dann noch ganz viele andere Kleinigkeiten, die einem in so einem Spiel, in so einer Welt dann auffallen, die dann in der Realität also wären und die in der Spielmechanik einfach nicht so offensichtlich sind, wenn du das implementierst. Und das ist halt schon irgendwie ziemlich lustig, da mit zu programmieren und dann auch Probleme zu lösen, die dann programmiertechnisch entstehen. Und also ich stecke tatsächlich viel weniger Zeit rein, als ich sollte wahrscheinlich, aus der Perspektive der anderen Spieler. Also, mein Charakter hat zum Beispiel am Freitag letzte Woche eine Abmahnung bekommen. Okay. Vom Arbeitgeber oder? Von dem Arbeitgeber in dem Spiel. Ja. Weil ich sechs Tage nicht zur Arbeit erschienen bin, sondern ich habe halt da was anderes programmiert, was anderes gemacht. Okay. Und habe einfach keine Zeit gehabt. Dann habe ich eine Abmahnung gekriegt, weil der ist Busfahrer und das ist ein beliebter Job. Und wenn ich da nicht dabei bin, dann belege ich einen Platz für jemanden, der eigentlich Bus fahren wollen würde und das könnte. Und da gibt es ja Verrückte, die fahren da zwölf Stunden oder so Bus in dieser Stadt. Und das ist halt, man muss sich das wirklich, da haben Leute wirklich viel, viel, viel Spaß dabei. Die würden sonst was anderes spielen, wahrscheinlich. Aber das sind halt wirklich so Sachen, wo man seine eigenen Geschichten erzählen kann. Und es gibt da wirklich komplexe, auch Kriminal, du hattest ja Kriminalgeschichte gesagt. Also es gibt halt wirklich auch so einen Kriminal-Crime-Bereich, der sehr komplex, hochkomplex ist. Also es ist wirklich krass, was da alles drin ist in diesem Spiel. Wie gesagt, ich würde es jetzt nicht empfehlen, gleich einfach mal zu installieren und sich da anzumelden, sondern ich würde erst mal auf diese Stream-Seite gehen und würde dann gucken, finde ich das interessant. Sie sich auch nicht verunsichern lassen, weil sehr viele LSPD, also sehr viele Polizisten streamen. Es gibt auch ganz viele Zivilisten, die streamen, die sind eigentlich fast interessanter, haben aber meistens weniger Zuschauer. Sind aber trotzdem sehr interessant. Genau. Da hätte ich gesagt, dann gucken wir dir mal zu, wenn du das nächste Mal streamst. Deinen Stream kannst du mal verlinken. Also ich sehe es ja immer wieder mal, wenn du online bist. Ja, das ist ein Stream, da bauen die gerade auf dem Feld Kürbisse an. Guck. Dann schauen wir mal dir zu, hätte ich gesagt, wie das nächste Feature implementiert wird. Ja, das stream ich tatsächlich nicht. Ah, schade. In dem Projekt ist es tatsächlich so, dass das nicht so ohne weiteres, also die Sachen, ich hatte ja erwähnt, jeder Server ist da anders. Es ist nicht so, dass das öffentlicher Quellcode ist. Nee, 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 ich habe gemeint, wenn du das nächste Mal das Feature ausprobierst oder so. Ach so. Ja gut, ich selber bin nicht der Charakter, der diese Sachen zeigt. Also wenn, dann gibt es tatsächlich solche Feature-Announcements oder Demonstrations-Streams von dem Projektleiter. Den werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Und dem kann man auch einen Sub dalassen. Und der zeigt dann tatsächlich im Rahmen von solchen Event-Charakteren oft, was denn so an Neuigkeiten drin sind. Was so dazugekommen ist. Also kamen jetzt auch vor kurzem erst ganz viele. Also zum Beispiel diese Gelenkbusse, die du da jetzt siehst im Bild, die die jetzt dieses Los Santos Transit bekommen hat, die wurden im Rahmen von so einem Event dann da eingeführt auf den Server. Okay. Also die hat ja dann da hingefahren und hat denen geschenkt und hat dann erklärt, wie denn und was denn und wo denn. Und das hat alles live gestreamt. Oder das Drogensystem, das Energiesystem. Also dass man wirklich irgendwie sich mit Kaffee putschen kann, sodass man dann nicht müde wird. Wenn du zu lange Bus fährst oder zu lange arbeitest, dann fallen dir auch die Augen zu und so. Also siehst du dann auch optisch und so. Also es ist wirklich, das muss man halt alles gerade dazu programmiert haben. Und das wurde dann auch jetzt eingeführt. Ach, sehr schön. Ja, du, dann hätte ich gesagt, da schauen wir dir mal zu, wenn du das nächste Mal eine Busrunde fährst. Das können wir dann ja da sehen. Ja, genau. Mit meinem Charakter. Ich versuche immer zu streamen. Mein Charakter hat ja auch so eine Hintergrundgeschichte. Ich meine, das ist ja auch an meinem Nickname orientiert. Werde ich jetzt mal verlinken zumindest. Aber mein Charakter heißt selber Henry McCarthy. Und wenn man den dann, wenn man den mal googelt, dann findet man dann sozusagen, dass ein Teil der Geschichte wie mein Nickname zustande gekommen ist. Okay. Genau. Ja. Ja, sehr schön. Ja, ich glaube, da haben wir wieder was Neues aufgemacht, wo viele, die zuhören oder einige, die zuhören, wahrscheinlich jetzt ein bisschen Zeit drin versenken. Ich freue mich auf Feedback und Fragen natürlich. Also wenn es da Fragen gibt. Ja. Also bin ich mal gespannt. Wie gesagt, sehr schöne Idee. Sehr cool, dass man das quasi programmieren kann. Unheimlich cool, dass es quasi kostenlos ist, das Spiel. Muss man dem Hersteller, glaube ich, auch dann hoch anrechnen, dass die diese API da seit Jahr und Tag ja offen lassen, dass das so verwendet wird. Ja, ist schon so, wenn eine neue Version von GTA kommt. Dann, also jetzt, die letzte Update ist gar nicht so lange her. Das war jetzt so kurz vor Weihnachten. Und das hat drei Tage gedauert, vier Tage. Bis das Team, weil die sehr viel geändert haben an den internen Strukturen und dem ganzen Algorithmen bei Rockstar. Hat so vier Tage gedauert, bis dann die neue Version da war. Und dann gab es auch immer noch so ein bisschen Reibereien. Und du musst dir überlegen, das Alt-V, dieser Multiplayer-Client, der released eine neue Version und wir müssen dann den Code nachziehen. Gucken, was nicht kaputt ist, was kaputt gegangen ist. Okay, okay. Das ist schon echt aufwand. Also der Klassiker in der Software. Ja gut, die machen aber auch, also, okay, da will ich jetzt nicht rumjammern, aber die ziehen wahrscheinlich alle Klassiker und alle Sachen aus deiner Vorlesung ziehen die auch. Also zum Beispiel, der Client wird zwangsgeupdatet. Wenn du den startest, dann updatet der sich automatisch. Ja. Und verbindet sich dann auch nur zu einem Server der neuen, aktuellsten Version. aber der Server, den updaten wir ja nicht minütlich. Also du verstehst, was dann so passieren kann. Ja. Genau. Und da muss man dann auch mit umgehen können, aber das ist halt so. Okay. Genau. Ja, sehr schön. Da haben wir ja ein Fass aufgemacht. Ich denke, wir werden da die nächsten paar Mal, also nicht das nächste Mal, aber durchaus noch ein paar Mal drüber sprechen, wie das da vorwärts geht oder wenn es wieder eine Änderung gab. Stay tuned, hätte ich da gesagt. Ja, heute haben wir eine längere Folge gemacht. Und dann haben wir, haben wir es für heute eigentlich schon, ne? Da haben wir es für heute, genau. Haben wir schon ein Thema fürs nächste Mal? Ja, wir haben beide festgestellt, bei der vorherigen Folge, dass wir, was das Wissensmanagement angeht, was gemacht haben. Ja, genau, wir haben ja beide wahrscheinlich irgendwie zeitgleich oder um Ende Zeiträume noch noch einen neuen Editor, das Obsidian, entdeckt. Lass uns mal dann nächste Woche drüber sprechen oder nächstes Mal drüber sprechen. Genau. Und dann habe ich noch sowas wie Spiele-Streaming tatsächlich ausprobiert und extrem viel gemacht. Aber das kann man dann. Sehr spannend. Das ist auch 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 sehr spannend. Ja, Daniel, hat mich gefreut, dass es gleich zum zweiten Mal in Folge geklappt hat. Ja, mach mal drei draus. Mach mal drei draus, natürlich. Dann machen wir den Headtrick draus. Und dann hätte ich gesagt, sprechen wir uns das nächste Mal wieder. War mir eine Freude. Ebenso. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. Musik Untertitelung des ZDF, 2020